Endlich mal wieder ein geiles Horror-Game! Leute, herzlich willkommen zum Stream zu Alan Wake 2. Das hat 90er-Wertungen aktuell bekommen und ist endlich mal wieder ein tolles psychologisches Horror-Game. Nein, man muss die Geschichte vom Vorgänger nicht kennen. Der wurde vor ein, zwei Jahren nochmal per Remaster herausgebracht. Das Original erschienen vor über zehn Jahren. Es hilft sicherlich, wenn man Alan Wake 1 kennt. Tue ich selber aber auch nur so semi, muss ich sagen. Aber ihr könnt das Spiel auf jeden Fall genießen, auch ohne dieses Vorwissen. In Alan Wake 2 spielen wir aber nicht nur ihn selber, sondern auch noch eine FBI-Profilerin. Sega Anderson heißt die. Und ja, wir klären einen mysteriösen übernatürlichen Mord, den wir wahrscheinlich dann auch gleich hier am Anfang miterleben werden. Es gibt einige Bereiche, die im ersten Teil auch vorgekommen sind. Nochmal, also wenn ihr den ersten Teil kennt, dann werdet ihr einige Orte in schönerer Grafik wiedererkennen. Generell kann man aber sagen, dass es zwei Hauptbereiche in dem Spiel gibt, sozusagen, die auch etwas offener gestaltet sind, so semi-open world kann man sagen. Einmal der Pazifische Nordwesten und New York. Geile Settings, wie ich finde. Und ja, die Geschichte soll auch nicht so ganz linear sein, was immer sehr interessant ist. Ja. Gucken wir mal. Erhältlich ab heute, 27.10.2023 für PC, Xbox, Series, X und S. Und für die PlayStation 5. Wir spielen hier die PlayStation 5-Version. Code vom Entwickler bekommen. Vielen Dank dafür. Auch Sponsored Stream. Also weit hoch kann ich gar nicht zeigen. Aber, ey, Horror, da bin ich immer dabei. Psychologischer Horror sowieso. Ich glaube, wenn man Resident Evil Village gefeiert hat, dann wird das hier auch was für einen sein. Ist nicht ganz vergleichbar, aber so die Richtung auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Wir legen los. Mit zwei, drei Stunden. Alan Wake 2. Ab geht's. New Game. Normalreich, glaube ich. Um was geht's in dem Spiel? Wirst du jetzt erfahren. Also wie gesagt, ein Mord. Ein übernatürlicher Mord. Alan Wake ist ein Schriftsteller. Und, äh, Sega ist eine FBI-Profilerin. Wieder am Anfang. Wir alle haben Hoffnung und Erwartung an eine Geschichte. Und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Macht euch auf jeden Fall auf meinen Fax gefasst. Der erste Teil war schon so crazy. Ich hab ihn nicht ganz verstanden. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Danke an die frühen Leiker. Kuss geht raus. Sieht krass aus. Ja, äh, grafisch wird es der Banger. Ich hab's eben gespielt. Erinnert mich an Riesi und Dark, die Netflix-Serie. Das ist gut zusammengefasst, ja? Geh ich mit. Was macht Gollum hier in dem Spiel? Gollum, was geht? Ach, Gollum, zieh du doch was an. ETF. Kann man sehen, was er da hat? So ein bisschen. Was geht? Ja, das Spiel ist ab 18. Das ist hoffentlich jedem klar, ne? Freunde. Wenn ihr euch darauf einlasst, dann müsst ihr auch sehr genau wissen. Auf was ihr euch hier einlasst? Dark, Geil und Martian. Ey, Real Talk, Dark ist die beste Netflix-Serie. Die wären auch insgesamt eine der besten ever. Ich hol gerade Stranger Things nach. Das ist auch cool. Aber trotzdem ist Dark nochmal so viel geiler. Ich glaub nicht, dass wir jemals wieder so eine heftige Serie, vor allem aus Deutschland, bekommen. Weil es wissen viele nicht, aber das ist eine deutsche Serie tatsächlich. Man sagt immer, wir können keine Filme, wir können keine Serien. Das stimmt eigentlich auch, Lul. Aber das war die große Ausnahme. Ich fand auch die Nachfolge-Serie, ich hab den Namen schon vergessen, von den Machern, eigentlich ganz interessant. Das spielt auf so einem Schiff. Auch total mit Paranormalem und so. Aber die wurde leider nach der ersten Staffel abgesetzt, obwohl sie erfolgreich war. Aber Netflix setzt ja irgendwie gefühlt jede zweite Serie ab. Das ist so beschissen, Alter. Ja, nice ass hat der Bruder hier auf jeden Fall. Aber er humpelt. Was ist passiert? Alter, es sieht so gruselig aus, Mann. Wow! Digga, er ist der Jumpscare und ich bin schon K. Ja, jetzt mal ganz langsam hier, ja? Aber Digga, kann der sich nicht mal den Rücken rasieren? Ich finde, es gibt echt nichts Schlimmeres als Rückenhaare. So gigantischer Abfall. Ja gut, und Arschhaare halt, ne? Aber das zähle ich dazu. Muss man halt einfach alle zwei, drei Wochen machen. Oh, wir können doch rennen, obwohl wir so humpeln. Na gut. Ja gut, vielleicht ist es auch einfach nur sein Gewicht, warum er so taumelt. Hm, no front. Dark war wirklich nice, aber ab Staffel 3 ein bisschen zu random und unverständlich. Ja, die, okay, die dritte Staffel war ein bisschen... ...bisschen schwächer. Aber dennoch, so eine geile Serie einfach. Was sind das hier für Freaks? Ich wollte doch nur im Wald spazieren gehen. Nackt. Kennt man ja. Hallo? Aber grafisch wirklich so geil. Egal ob auf PC oder Konsole, es sieht so strong aus. Da möchte ich nicht lang gehen. Aber da sind auch welche. Überall Freaks. Hey, die haben mich angeschossen. Ich habe doch nichts getan. Außer meinen fünf Zentimeter Schwänzerl rausge... Naja. Ich dachte, ich bin alleine. Nein! Ich dachte... ... Ja. Of course. Ja. Was zum Teufel? Halber Outlast 3. Wer sind die denn jetzt? Yo, jetzt sieht man sogar den... ...seinen Genitalbereich. Also so einen Start hätte ich jetzt eher von Outlast erwartet. Habe mal auf 4K umgestellt, schaut besser aus. Oh yes. Ich streame immer in 4K, gönn dir. Und ja, er sieht aus wie... Ähm... Oh, wie ist er denn? Cringe. John Wick! Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama. Die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Die Hauber und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut! Keine Spoiler! Na dann viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollten. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Fehlt ich auch. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Ah, das tut jetzt ein bisschen weh. Aber bei so einem Job bist du halt auch wirklich 24-7 beschäftigt. Und nur mit Dreck, ne? Logan, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Beide gönnen sich erstmal Kaffee. Hab ich vergessen? Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich hab das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Hm. Ich bin froh, dass sie mit mir in diesem Fall arbeiten. Ist genau ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze sie. Okay. Irgendwelche Tipps? Nichts, das jemanden aufmuntern würde. Schön in der Natur, aber so verregnet. Gehen wir an die Arbeit. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tator zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären. Ich sehe mir die Karte an. Sass. Return 1. Einladung. Also, Return wird wohl Kapitel sein. Sollten wir uns merken, bevor uns die Bäume verschlingen. Wir spielen im Grafikmodus, also Qualität. Es gibt auch noch einen Performance-Modus. Nur so als Info. Zwei Trophäen auf die Schnelle bekommen. Ich glaube, ich höre jemanden. Könnte uns... Ja, warte, ich sollte doch erstmal die Karte öffnen. Da haben wir sie. On Cauldron Lake. Okay. Schnapp-Film gesehen? Nee. Der wird auch absolut tot gehatet. Also, richtig brutal tot gehatet. Das wird dann also für das Kino für mich nix. Wenn der irgendwann dann für free zu sehen ist, schaue ich mir mal an. Aber Rein Payne, nee. Schade. Ich dachte, der wird mega gut. Aber er soll wohl wirklich nur was für Hardcore-Fans sein. Und das bin ich ja auch einfach nicht. Ich habe einen gruseligen Film erwartet. Er soll aber null gruselig sein. Und dann habe ich halt auch kein Interesse mehr, leider. Da schaue ich mir lieber den neuen Saw an, wenn er in zwei Wochen, glaube ich, kommt. Ja. Ich glaube, das ist besser. Wo ist denn der Typ jetzt gerade hin? Mensch, da guckt man einmal auf die Karte. Und dann ist er weg. Der kann mich doch nicht hier alleine lassen. Ich bin hier noch nicht fertig. Achso. Gut zu wissen. Ja, dann vielleicht hier runter. Hä, aber das kann doch jetzt echt nicht sein Ernst sein. Wo ist er denn hin? Ach da! Bruder! Was ist das? Wer ist der Typ? Allöchen! Agent Casey, stimmt's? Sheriff Breaker meinte, sie würden kommen und den Fall übernehmen. Nicht ganz. Anderson? Gruselig ist die falsche Erwartung bei FNAF, wissen viele nicht. Ja, aber wenigstens die Jumpscares hätten sie doch bringen können. Ich meine, das Franchise basiert auf Jumpscares. Saga Anderson. Ich leite diesen Fall. Mein Partner Alex Casey kennen Sie wohl bereits. Bitte verzeihen Sie im Helm. Ich bin Deputy Mulligan. Ich dachte nur, dass... Wann tauchen die Agenten endlich auf, Mulligan? Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton. Mein Partner Thornton ist unten beim Tatort. Er ist nicht der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Sie sind hier? Wie meinst du das? Sind sie mit dir gekommen? Die haben mich doch nicht gehört, oder? Well. Ignorieren wir das mal. Gab es irgendwelche Zeugen? Ja, ein paar Auswärtige. Ich frage mich, was sie nachts im Wald zu suchen hatten. Erwähne die Städter. Sie sind ziemlich verdächtig. Nicht, dass wir etwas gegen Städter hätten. Stimmt's, Thornton? Aber keine Sorge. Sheriff Breaker hat sie in die Stadt zurückgebracht. Was können Sie uns über den Tatort sagen? Erzähl Ihnen vom Herzen. Ich war gerade dabei, Thornton. Wie es aussieht, befinden sich einige Organe aktuell außerhalb des Opfers. Obwohl sie eigentlich, naja, innerhalb sein sollten. Okay. Thor X kommt am 30.11. Ach, dauert doch noch ein bisschen länger. Shit. Naja, egal. Ich freue mich drauf. Ich will die Leiche sehen. Wie kommen wir hin? Oh, natürlich. Ganz einfach. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See auf der Rückseite des alten Gemischtwarenladens. Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Der Laden, der Campingplatz, alles. Mollechen, sag Ihnen, dass ich hier warte. Ich führe Sie herum. Schon gut, Thornton. Also der macht ja noch einen seriösen Eindruck, aber was bitte mit diesem Thornton? Der ist ja richtig los. Bevor wir am Tatort ankommen, haben wir Zeit für die bisherigen Fakten. Ich möchte auf keinen Fall etwas übersehen. Es gab in dem FNAF-Film ein und denselben Jumpscare dreimal. Alter. Was haben die da hingeschissen, ey? Okay. Die Stimmen sind ein bisschen leise. Ja, das ist immer so das Ding. Also Spielen, die mit Effekten arbeiten, ne? Die sind immer viel zu laut und die Stimmen sind viel zu leise. Aber eigentlich sollte es okay sein. Jetzt nicht, nicht krass unhörbar oder so. Alles was wir über die bisherigen Morde wissen. Ich sollte nochmal nachsehen. Die Falltafel ist eine Mentaltechnik, die es Sega erlaubt, Hinweise zu analysieren und mit der Untersuchung voranzukommen. Da hatten wir ja erst letztens Delegativ Pikachu. Ich glaube, das ist damit zu vergleichen. Nur hier ist es ein Gut. Okay, jede Menge Informationen. Jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Keine anderen Gemeinsamkeiten. Warte mal, ist Alan Wake nicht auch 2010 verschollen? gewesen? Oder halt seitdem? Im ersten Teil? Dann... Was? Kannst die Falltafel verwenden oder sie mit dem Ding verlassen? Ja, ne, ne. Ich will mich erstmal umschauen. Mordmethode. Geringer Unterschied bei den Morden. Aufblähung ist die einzige Gemeinsamkeit der Leichen, aber nicht die Todesursache. Wassereinwirkung nach. Und warum lässt sich jetzt der Rest nicht lesen? Komisch. Profil des Mörders. Na gut, okay. Haben wir hier noch was? Das muss ja im Prinzip so ein... Ja, Parallelraum von ihrem Zuhause sein, oder? Wo sie halt arbeitet. Ich finde übrigens ihre Stimme sehr, sehr angenehm. Die macht einen ziemlich sympathischen Eindruck. Ah, sie sind schon fleißig bei der Arbeit, Anderson. Kurz vor dem Durchbruch? Wir fangen gerade erst an. Gehen wir den Hügel runter zum Tatort. Ist das ein deutsches Spiel? Ne. Verdammte Natur. Ein Schädel brummt. Zu viel Frischluft. Das geht mit dem ab. Normalerweise sollte das doch eigentlich die Kopfschmerzen lindern, wenn du noch draußen gehst. Weirder Typ. Ähm, das Game ist von Remedy Entertainment. Ich weiß aber gerade nicht aus welchem Land die kommen. Aber auf jeden Fall nicht deutsch. Nein. Hey Casey. Sie überlassen mir die Führung. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Anderson. Sie haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Ich möchte sie nicht runterziehen. Haben Sie vor, in Pension zu gehen? Sie wissen doch, was mit Cops bei Ihrem letzten Fall passiert. Mhm. Sehr witzig, Anderson. Ist ein finnisches Studio. Okay. Kommt aus Finnland. Nice. Ja, und das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Also sie ist nicht irgendeine FBI Profilerin. Sie ist spezialisiert auf unlösbare Fälle. Du, 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 du. Keine Treppe. Spring ist doch kein Problem. So alt bin ich auch nicht. Sie arbeitet an den X-Files. Das wäre so in einem parallelen Universum auch mein Traumjob. Einfach Fox Mulder sein. Beste. Mirror Peak. Der majestätische Berg in der Ferne ist der Mirror Peak. Das Wahrzeichen oberhalb des Cauldron Lakes. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet spiegelt sich seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche des Sees in seiner ganzen verkehrten Pracht wider. Gibt es das auch für Xbox? Yes. Habe ich am Anfang gesagt und steht auch in der Videobeschreibung. Xbox, PS5 und PC digital. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und ein paar mal hier im Chat per Bot. Da kannst du es auf der offiziellen Website kaufen. Heute ist Release. Also es ist schon draußen seit, ich glaube, 0 Uhr. Oder 0 Uhr 1. Wer will das denn bitte nicht? Mist. Hätte einen Schirm mitbringen sollen. Ich mag Regen. Das einzige hier, das sich wie zu Hause anfühlt. Ob die Polizei daran dachte, eine Plane aufzusparen? Hm. Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Ist echt eine schöne Gegend. Also ohne Regen kann man hier gut laufen gehen. Ist das dieser andere Polizist, der so weird war? Ja. Warenhaus, Cauldron Lake. Hey! Deputy Thornton, nehme ich an. Das bin ich. Zu Ihren Diensten. Und bereit den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeig Sie ihnen. Als ob der irgendwas löst. Wie ist der denn bitte schon Polizist geworden? Lol. Sie sind also vom FBI. Das ist cool. Was? Ist der High? Und die UFO-Vertuschungen. Die gibt es wirklich? Sucht ihr noch Leute? Ey, ich habe gerade noch gescherzt über die X-Files. Okay, also den Humor des Games finde ich bis jetzt schon mal sehr, sehr nice. Hier wurde der Mord begangen. Er lag auf dem Tisch. Wir haben nichts angefasst. Sie wissen schon, die Vorschriften und so. Danke, Deputy. Keine Planer. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Meint ihr, ich kann das als Thumbnail nehmen oder dann gibt es Ärger? Die Leiche untersuchen. Meinung? Geht klar, oder? Als ob wir jetzt doch so einen detaillierten Blick auf die 5 cm bekommen. Stabil. Feuerfox, danke dir für den Fünfer, by the way. Gleich. Danke dir für das Lob und einen schönen Abend wünsche ich dir. Und auch danke für die Mitgliedschaft. Ehre. Game sieht super aus. Schreibt Marlin. Yes. Absolut. Peter Steckmeyer, danke für die drei mindestens Support. Anne hat Hype. Ich auch, also lass uns untersuchen. Wie bei einem Ritual. Safe wird YouTube Nein sagen. Ja, ich glaube wir hatten den Monat schon genug gestrikete Videos. Das braucht jetzt kein zweites. Also lassen wir's lieber. Am besten sollte ich auch mal schnell weiterspielen, damit das jetzt nicht so lange zu sehen ist. Okay, wild. Ähm. Steuerkreuz oben erlaubt es Sega die aktiven Hinweise zu sehen. Wählt das Schlüsselbild mit X aus, um es der Falltafel zu platzieren. Mhm. Der Tatort. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Sag, es ist ein soziales Experiment. Ja, wir haben nicht mehr 2015. Ich glaube das funktioniert nicht mehr. Der Trick ist durch. Haben wir noch mehr Bilder? Äh, hab ich schon verstanden, hab ich schon verstanden. Alles klar. Ah, hier glaube ich müssen weitere Bilder hinzugefügt werden. Mhm. Aber erst, wenn wir Untersuchungen gemacht haben, I guess. Oder? Ja. Der arme Kerl, hey. Dennis Witt, danke für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen, viel Spaß mit Emojis. Blutergüsse von den Gurten, mit denen er gefesselt wurde. Mhm. Hab das Herz. Sieht so aus, als wenn es auf so einem Schaschlik-Spieß steckt. Okay, und das kommt jetzt hier hin, ja? Ich lese das mal immer nicht vor, oder? Das könnt ihr selber lesen, das glaube ich nicht. Nicht so krass wichtig. Das sind halt nochmal die Details, aber ich meine, wir sehen es ja selber, was passiert ist. Mhm. Herz aus Brust entfernt. An Handgelenken festgebunden. Passt definitiv zu den anderen Morden. Doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von vier Morden. Wir schon. Genau, und jetzt kommen die Schlussfolgerungen. Ich sag's ja, es ist wie bei Detektiv Pikachu, nur in gut. Ja, 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 ja. Aktualisiert Ziele. Erfahre mehr über das Opfer. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt wieder weiter forschen, ob wir noch weitere Hinweise finden beim Tatort. Wer ist unser Opfer? Wer tötete ihn? Wir müssen mehr Hinweise finden. Und warum ist er nackt? Das ist die wichtigste Frage. Danke für fünf Münzen. Endlich mal wieder ein Horror-Game. Kommt an Halloween die andere Hälfte vom Spiel? Ich glaube nicht, dass wir heute die Hälfte spielen werden. Ähm. Aber vielleicht kommt noch an Halloween irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt alles sehr, sehr kurzfristig. Weil ich hatte jetzt auch andere Dinge zu tun die Tage. Konnte nichts vorbereiten. Es waren mehrere Leute hier. Mehrere Killer. Deswegen ist das hier jetzt auf jeden Fall schon mal der Halloween-Content. Und alles, was noch kommen könnte, ist Bonus, okay? So, mehrere Täter glaube ich nicht. Aber es waren doch irgendwie noch Leute hier. Warum auch immer. Die geflüchtet sind. Haben die hier gesoffen oder was? Jemand hat hier Bier getrunken. Hat offenbar gewartet. Als ob. Jemand musste schnell weg. Und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera? Ach, die haben den Scheiß auch noch gefilmt? Digga. Wie hoch ist denn der CPM auf sowas? Kappa. Mehrere Fußspuren. Das Spiel hat 18 Kapitel. Oha. Okay. Also wenn wir das erste abgeschlossen haben, können wir ja vielleicht so ungefähr erahnen, wie lange es insgesamt dauert. Für später? Wie jetzt? Warum das denn? Ach, weil die These noch gar nicht aufgestellt wurde oder was? Also wir können das noch nicht zuordnen, was wir gefunden haben. Okay. Starb er hier oder wurde er hergebracht und zur Schau gestellt? Das ist schon echt absolut geisteskrank. Ist das Opfer bekannt? Na klar. Sein Name ist Nightingale. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Nightingale. Der von dem ersten Teil? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist aus dem ersten Teil bekannt. Der hat Alan Wake gesucht. E.T.F. E.T.F. Was ist jetzt? Nightingale ist vor 13 Jahren verschwunden. Seit 2010. Genau wie bei allen anderen Auffangen. Geiler Bug. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte. Was ist mit Nightingale passiert, nachdem das Büro ihn gefeuert hatte? I only know the rumors. Depression led to booze, booze... What the hell? Paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. I guess he ended up here. Ich wette, da steckt mehr dahinter. But no happy ending. Er will nur mit seiner Bildung flexen. Was ist das denn? Oh nein. Na, ich denke, da kommt ihr noch ein Patch bald. Ja, aber solche Bugs sind ja wenigstens witzig, oder? Pfff. Er will nur flexen. Dass er so viele Sprachen kann. Glückwunsch für ihn. Ja, moin. So, das Opfer. Das Game ist low budget. Nein. Nein, 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 auf keinen Fall. Der Anfang ist bestimmt jetzt noch eher ruhig. Ex-FBI kam vor 13 Jahren nach Bright Falls. Aber es wird auch noch, ja, Schießereien geben. Survival Horror. Also da ziehst du sehr falsche Schlüsse. Solltest du aber eigentlich auch schon von dem Game gehört haben. Ich meine, es war immer sehr präsent auf allen Events, Game Awards und Co. Oh, war ich jetzt zu voreilig? Okay, einen Moment. Was haben wir vergessen? Ach, ich kann die... Ne. Für später. Wir fahren mehr über den Mörder. Hä, was ist das denn hier? Pelle. Oder muss ich da reinschauen? Ne, geht eigentlich gar nicht. Hm. Ja, jetzt bin ich gerade verwirrt. Oder was ist das hier? Haben wir vielleicht noch irgendwo einen Hinweis übersehen? Hm. Das war das Stichwort. Nochmal nachdenken. Haben wir doch glatt das Blut übersehen, Mensch. Aber warte, sie hat jetzt eigentlich gar kein Bild. Ach nein, jetzt müssen wir zu diesen Fällen. Okay, das wurde aus der Akte geholt. Laut den Stiefelabdrücken mehrere Täter. Eine echte Party. Ja, tolle Party. Ja. Hm, hm, hm. Sie planten den Mord hier, um die Zeit zu überbrücken. Die Ausrüstung lag bereit. Sie warteten auf ihn. Aber warum Nightingale? Er ist seit 13 Jahren verschollen. Warum hier? Warum jetzt? Hm. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hoffe, das legt sich noch. Ansonsten starten wir das Spiel einfach nochmal neu. Profiling. Mit Hilfe von Profiling in Sergas Gedankenraum kannst du die Köpfe von Verdächtigen und Opfern untersuchen. Oh, spannend. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier genanntet? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er ist dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Ach, der hat da sogar gebadet? Ja, auch im ersten Teil war ein See sehr präsent. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Warum? Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Kein Licht. Aber da ist jemand. Jemand ist zu Hause. Es handelt sich dabei nicht um eine zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual. Und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Eisplace, guten Hunger mit der Pizza. Ich würde Schinkenpilze empfehlen. Ist immer beste. Tokimiyo, danke dir für die Mitgliedschaft... Dein Name hat mich jetzt komplett getötet. Tokimiyo. So, danke für die Mitgliedschaft. Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er ist dir erlaubt. Alles klar. Der Typ ist safe high. Wie war deine Pizza? Auch wunderbar. Ist etwas am See passiert? Ich glaube, Nightingale kam aus dieser Richtung. Vom See. Vermutlich auf der Suche nach Unterschlupf. Sie haben ihn erwartet. Wenn du Zeit hast, würde ich gern hören, was du bisher rausgefunden hast. Naja. So schwierig ist das nicht. Nightingale war allein nachts im Wald unterwegs. Und vermutlich nackt. Die Killer wussten, dass er hier war, lauerten ihm auf, zerrten ihn zum Zeltplatz, fesselten ihn an den Tisch und schnitten ihm das Herz heraus. Doch dann wurden sie von den Zeugen gestört, den Bookers. Der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Hört sich ziemlich kompliziert an. Warum ist der Typ zu dieser Jahreszeit nackt baden gegangen? Den Teil habe ich noch nicht verstanden. Aha. Fragen über Fragen. Viele Antworten warten auf uns. Ich liebe die Anteile. Dass Bäume so groß werden. Wow. Irgendwie unheimlich. Sie müssen öfter mal raus. Aber irgendwie ist es schon unheimlich. Naja, hat schon recht. Also das ist schon ein sehr, sehr großes Exemplar, muss man sagen. Wann machst du mir eigentlich eine Pizza aus dem Steinofen? Als Mordbezahlung können wir machen, ja. Was willst du denn drauf haben? Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Spuren. Barfuß. Von Nightingale? Sie führen unter den Felsen. Macht keinen Sinn. Vielleicht war er da scheißen. Das ist ein bekannter Bug mit der deutschen Synchro. Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Hm. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Die Worte glichen einer Botschaft. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass er sie verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespürt. Sie hatten Recht. Das ist genau mein Ding. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite. Oder die Killer ließen sie zurück. Dass die keine Angst hat. Vor allem, weil sie Familie hat. Schon sehr mutig. Die Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie austragen. Es steckt etwas in ihm drin. In seiner Brust. Ich muss wissen, was. Anstelle vom Herz? Was? ITF. Das ist das Manuskript. Ich lasse mal kurz eingeblendet. Und danke Leandro. Für die Mitgliedschaft. An Valentin Ross. Ich hoffe, er freut sich über das Geschenk. Ihre Stimme ist aber nicht so gut. Keine Ahnung. Also ich finde sie eigentlich so sympathisch. Da nichts einzuwenden. Pizzalieferung für alle Kanalmitglieder. Die ist das. Jo. Oh. Äh. Rechnet euch mal die Kosten aus. Äh. Das ist nicht stemmbar. Fußspuren, die unter dem Felsen hervorkommen. Wo gehört das hin? Das gehört doch nicht hier hin, oder? Ach, wobei doch. Jajaja, klar. Wobei es auch keinen Sinn macht, dass er durchgekommen ist, ne? Hm. Leider wahr. I think he'll verbirgt etwas. Hm. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren. Und nachzusehen, was sie verbirgt. Das wird aber Spaß machen. Casey. Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Was da jetzt drin ist. Okay. Dann lass uns gehen. Wer auch immer diese Seite schrieb, ließ sie wie eine Geschichte aussehen. Wie aus einem Thriller. Ich hasse das alles. Laut dem Text würden wir mehr... Ich glaube nicht. Aber aus welchem Grund? Sie verdrehen die Ereignisse, um ihre eigene Geschichte zu erschaffen. Aber wozu? Um eine Fantasie aufrechtzuerhalten? Ihre Wünsche zu projizieren? Sind hier Charaktere oder das Publikum? Zeugen ihres Entwurfs? Oder alles? Es geht nur um Kontrolle. Die Entscheidung, was wem zustößt. Lassen Sie sich nicht reinziehen. Zu spät. Ich bin schon süchtig. Ich brauche das nächste Kapitel. Und jetzt kommt Kapitel 2, oder? Das wäre jetzt sehr passend. Hast du den Last of Us Trailer für die Serie gesehen? Es gibt einen neuen Trailer? Für Season 2? Gar nicht mitbekommen, hä? Hä? Seit wann? Das ist so weird. Was? Der Papier. Bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaff das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im Odee Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Eine Abkürzung, weiß ich nicht. Es könnte auch schief gehen. Wo ist denn die Tür überhaupt? Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Okay, hoffen wir mal, dass nichts passiert. Ausgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald. Die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Ja, Mann. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen Sie bestimmt nicht oft. Ja, gerade hier auf dem Land, ne? Okay, ich glaube aber, der Ort, wo wir jetzt hinkommen, der ist tatsächlich der aus dem ersten. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Herz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Um einen Snuff-Film zu drehen? Vielleicht. Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können. Ja, aber warum sollten die das wollen? Das wäre ja schon sehr dumm. Aber gut, so eine Tarte zu filmen ist auch sehr dumm. Magst du Kaffee? Ja, absolut. Also, ich versuche es zwar auch ein bisschen zu reduzieren, weil man darf nicht vergessen, dass es auch eine Droge ist, so. Wenn man das Koffein braucht, dann ist ein grüner Tee schon besser eigentlich. Deswegen trinke ich ab und zu mal den, anstatt einen Kaffee. Let's go! Ja, ist doch schon mal sehr spannend. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Ja, Bright Falls, das ist aus dem ersten Teil, ja. Oh, voll schön, Mann. Was sind das für Clowns da vorne? Lel. Digger. Okay, schau mal, erst mal... Wir sind direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Der Typ ist auf jeden Fall süchtig danach. Hi. Wie viel verdient man in dem Job? Wie viel hast du getrunken? Nicht genug. So viel steht fest. Man kann nie genug Kaffee haben. Dieser reiche, bittersüße Nektar. Hol dir einen in Kaffee, World. Hol ihn dir so schnell du kannst. Meine gute Zahl. Lost. Oh, dear. Süß. Ich glaube, es ist sogar derselbe Deiner. Lass mich raten. FBI. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe Kaffee mitgebracht. Den besten in Washington. Mhm. Schön, sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Bisher wurde mehr über Kaffee gesprochen, als über alles andere. Ihre Deputies meinten, sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein. Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drinnen bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen sie sich Zeit. Es ist halt schon seltsam, dass die da vor Ort waren, ne? Wir haben die Fallakten durchgesehen, die sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten... Okay. Wo sind die? Ja. Aber seitdem der Kordler... Das Ding ist, es war ja ne... ...regnerische Nacht. Die sind doch niemals zufällig da gewesen. Die Jukebox ist out of order. Das arme alte Ding hält es nicht aus, dass immer und immer wieder derselbe Song gespielt wird. Ich meine, mir gefällt Coconut auch sehr gut, aber irgendwann reicht's. Oh, ist das ein Easter Egg? Wahrscheinlich, aber ich check's grad nicht. Aha. Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen? In ein Kissen schreien? Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe. Okay? Also, wenn man nur Zeuge ist, dann ist man doch chill da drauf, oder? Deine aktuelle Lieblingsserie. Ich habe vorhin drüber gesprochen. Ich schaue gerade Stranger Things. Komplett blind. Ja, ist gut. Warum waren Sie dort? Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Mhm. Ja, aber muss das bei Nacht sein? Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nachtwagen ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Kult? Das ist ja wirklich Outlast 3. Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, Sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas ge... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Die haben was gefunden, wollte er sagen? Ja, das müssen die mir geben. Hallo? Genau. Also, die sind irgendwie sus, keine Ahnung. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ja, die wissen irgendwas. Eine Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer's findet, darf's behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Alter. Das ist doch auch schon eine heftige Straftat, oder? Einfach so ein wichtiges Beweisstück für sich behalten, nur weil man's verkaufen will oder... Also, auf jeden Fall aus monetären Gründen behält. Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Herr mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. Plotwurst, die gehören zu denen. Könnte halt wirklich sein, ne? So als Ablenkung, ja. Bisschen crazy, das Spiel. Ja, psychologischer Horror halt, ne? Das ist alles bewusst so. Es soll deinen Kopf... Das kann ich nicht sagen. Es soll dich sehr stark verwirren und äh... Überwältigen, beeindrucken, dein ganzes Gehirn. You know? Warte, muss ich hier noch was machen? Oder sind wir fertig? Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Wow. Wie sind sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Okay. Hab dir gesagt, du sollst es nicht behalten. Also der Typ hat mehr Ehre als sie auf jeden Fall. Aber hier, Saga hat jetzt auch viel zu locker reagiert. Sie haben ein Beweisstück unterschlagen. Sie müssen es mir geben. Sie müssen endlich Landbewohner sein können. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Digga, ist das diese Rose? Ja. Die ist krank. Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte nach dem, was ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Ähm... Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie... ertrank. Ihre... Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh. Ich weiß wieso. Sie verdrängen Ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen. Ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen. Hä? Also nur zum Verständnis. Sega ist neu. Also es hat jetzt nichts mit dem ersten Teil zu tun oder so. The fuck? Aber die alte, die gab es nur im ersten Teil. Und die war da auch schon sehr seltsam. Hat die jetzt um die Zukunft erzählt? No, hoffentlich nicht. Rose Mary Winters. Nein, nein, nein. Ich hoffe nicht, dass sie das ist. Wo kann man das spielen? PC? Erster Link. In der Videobeschreibung. Kann ja vielleicht auch mal ein Mod hier rein posten. Haben Sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gesehen? Verdächtige in Hirschmasken vielleicht? Nein. Aber beim Hirschfest werden sich schon bald viele Menschen mit Hirschmasken amüsieren. Praktisch jeder wird eine tragen. Gut zu wissen. Das ist eigentlich nicht so gut, weil dann sind die Täter, ähm, gut, äh, getarnt. Du weißt, wie empfindlich Landbewohner sein können. So. Ich hab mal kurz den Link, äh, im Chat angepinnt. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Casey? Ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D und D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah. Guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Haha. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Wer sonst soll... Voll das schöne Gras. Ich... Wer sonst soll die Bürger vor dem... Meine... GTX 1070 weint. Ja, äh... Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im... Holste für Konsole. Rose? Ich wette... Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hat ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Braucht mich sie dann nicht in der Psychiatrie. Also irgendwie ist die schon sehr beängstigend. Es wird für Full HD 60 FPS eine 3080 empfohlen. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Korrekt. Also für PC nur holen, wenn ihr gute Hardware habt. Ansonsten Xbox oder Playstation. Also ich spreche auch. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Absolut einwandfrei. Bis auf die lustigen Synchro-Bugs. Aber es hat ja zum Glück aufgehört. Ja, ja. Bin nur hier, um mein Busgeld zu bezahlen. Wann immer sie bereit sind, mir mein Geld abzunehmen. Das ist so eine Abzocke, oder? Klar, man soll nicht zu schnell fahren. Aber, ey, wenn wir ehrlich sind, dann... Diese ganzen Blitzer und so, das ist alles nur Geschiss. Oh, Munition. Gut. Besser ist es, ne? Ja, moin. Erstmal von den Kollegen, die E-Mails lesen. Mal schauen, ob hier irgendjemand ein Bressers-Abo mit Rechnung bekommen hat. Wer zuletzt Kaffee trinkt, macht einen neuen. Das ist das dritte Mal in dieser Woche, dass ich zur Nachtschicht komme und kein Kaffee in der Maschine ist. Wenn ihr die letzte Tasse nehmt, dann einen neuen Kaffee aufsetzen. Das ist eine ganz wichtige Nachricht. Nicht euer persönlicher Assistent. Chat, ich sage es dir nur ungern, aber du brauchst ein Gesicht auf, dem ein Bart wachsen kann, um Bartöl wirksam einsetzen zu können. Ich glaube, ich sollte es von unten lesen, oder? Ich wusste, dass Markus Bart zu weich war, um naturbelassen zu sein. Welche Marke benutzt er, Lucy? Da meine zahlreichen freundlichen Hinweise keine persönlichen Pakete an die Station liefern zu lassen ignoriert wurden, werde ich von nun an, wenn sie es für richtig halten, etwas an die Station zu schicken, der Station mitteilen, was sie erhalten haben. Was? Ich verstehe gar nichts. Ist es eine Gesetzeswidrigkeit, die Post eines anderen zu öffnen? Ja. Ist es ein persönliches Vergehen, dass ich meinen Schreibtisch mit ihren nächtlichen Impulskäufen teilen muss? Ja, ist es. Sie wurden gewarnt. Admin. Lol. Der Computer an der Empfangstheke und die E-Mail der Verwaltung dürfen nicht für persönliche Streitigkeiten oder andere inoffizielle Angelegenheiten genutzt werden. Und denken Sie daran, Ihre Kaffeetassen zu waschen. Jährliches Gemeinschaftsgrillfest. Hallo Leute, das jährliche Event, auf das ihr alle schon sehnsüchtig gewartet habt, steht wieder an. Das Gemeindegrillfest. Ich will jetzt kein Gemecker hören. Es ist eine wertvolle Gelegenheit, mit der Gemeinde in Verbindung zu treten. Statistiken zeigen, dass Polizeibeamte, die gut in die Gemeinden, in denen sie Dienst tun, eingebunden sind, in ihren Revieren weniger Gewaltdelikte erleben, bei der Polizeiarbeit effektiver sind und sich insgesamt psychisch besser fühlen. Dies ist zu ihrem Nutzen, also nehmen Sie es bitte ernst. Ja, ich glaube schon, dass so eine Connection zum Volk gut kommt. Das von der Gemeinde gewählte Tauchbeckenopfer wird dieses Jahr... Trommelöl, bitte. Herzlichen Glückwunsch. Es sieht so aus, als ob alle endlich Rache für die Radarfalle auf der 12C bekommen. Nicht wahr? Ich sag's ja, es ist so ein Scam. Wirklich lächerlich. Sehe ich schon an... Nein. Eine freundliche Erinnerung, dass alle, die an diesem Tag krank sind, ein schriftliches ärztliches Attest vorlegen müssen. Sonst gibt es zwei Wochen Nachtschicht. Wer sich über die Zuweisungen mit Antwort an alle beschwert darf, als Assistent für Officer Lightwoods Zaubertrick arbeiten. Tim. Er ist ja wie in der Schule hier. Was ist mit Privatsphäre? Tja. Das ist hier ein schwieriges Thema offenbar. Ah, was haben wir denn hier? Was hast du denn angestellt? Hm. Sonst noch was? Ja, ganz starke Argumente auf jeden Fall. Achso. Hm. Diese verfluchten Bastarde lügen! Die glauben mir doch, oder? Also nicht. Lass mal mal den Chat abstimmen. Zehn Jahre Knast oder Freilassen? Was meint ihr? Was macht der da? Der hat mich voll erschrocken. Ich weiß, dass einer von euch das Toilettenpapier klaut. Corona ist doch vorbei, oder? Ich habe nachgezählt und jeden Tag fehlt eine ganze Rolle aus dem Lager. Diebstahl wird hier sehr ernst genommen. Das ist eine Polizeiwache verdammt nochmal. Irgendwann werde ich dich auf frischer Tater tappen und dann fliegst du hier raus. Das verspreche ich dir. Was für eine Schande du bist. Dicker. Wer zählt auf ernst? Die Toilettenpapierrollen und merkt dann auch noch, dass welche fehlen. Das klingt eigentlich sehr, sehr deutsch. So, die meisten im Chat wollen den Typen von vorhin im Knast lassen. Tja, dann, sorry Bruder, das war's. Die Jury hat geurteilt. Welcher Spinner zählt Toilettenpapierrollen? Ja, ist so. Klingt, als ob sie zu viel Zeit hätten. Oh Mann ey. Es gibt schon ein paar lustige Details hier zu sehen, feiere ich. Lebenslang Knast, oha. Weil er mich nicht abonniert hat, ne? Ja, dann sollte er tatsächlich für immer im Knast bleiben. Und alle, die nicht geliked haben, kriegen auch 1000 Euro Strafe. Instant. Hi. Da ist auch was, wo siehst du? Noch mehr Stuff. Ja, er ist glaube ich so jemand, der sich von einer Frau nix sagen lassen will. Keck. Hast du direkt raus gehört? Ach, da sind die. Okay, dann schauen wir uns erstmal noch weiter um. Das ist glaube ich die Abstellkammer mit den Toilettenpapieren, weil da unten habe ich gerade welche gesehen. Ja. Zumindest eine. Aber sonst nichts. Ernsthaft. Schade. Das Spiel sieht so gut aus hier. Ja, ja, ja. Und es laggt auch nicht. Obwohl wir auf dem Grafikmodus spielen. Alles wunderbar. Ich wollte das jetzt nicht so aufbrechen. Hä? Ich habe mich wohl im Wald verlaufen. Hätte ich doch nur einen Reiseführer. Hier gibt es Bären. Oh nein, ein Bär. Was ist das denn? Junge, was ist das? Was? Braucht jemand einen Reiseführer? Oh wow. Koskala Brothers Adventure Tours. Unvergessliche Erfahrungen zu leistbaren Freisen. Ganz genau. Ich bin Ilmo Koskala und kaufte den World Magazine der beste Batista und Reiseführer. Und ich werde ihnen die Tour ihres Lebens geben. Aber Ilmo, ich hörte, die Regierung hätte den Zugang zu vielen lokalen Naturattraktionen gesperrt. Das stimmt, Jakob. Viele lokale Attraktionen wurden vor kurzem von der Regierung gesperrt. Und genau aus diesem Grund scheißt Koskala Brothers Adventure Tours auf die Regierung. Wir haben Bolzenschneider. Oh wow. Du denkst einfach an alles. Und wir bringen sie überall hin. Wanderung durch den schönen Elderwood Nationalpark. Angeln im kristallklaren Wasser beim Damm von Bright Falls. Vogelbeobachtungen am Mirror Peak. Die Tour ihres Lebens ist nur einen Anruf entfernt. Buchen sie jetzt und erhalten sie einen Rabatt von 9% auf oh dear deiner Tervos Flaschen. Was? Haben wir hier gerade gesehen? Lol. Also das war irgendeine Werbung für diese Touren. Aber die kann ja niemals irgendwo gesendet worden sein. Also allein schon, weil sie die Regierung beleidigen. Ja moin. Aber war witzig. Immerhin. Luna-Chan, vielen Dank für den Szener. Willkommen im Stream. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut. Mini Budget. Aber sowas kennen sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert Untersuchungen durchzuführen. Ist das immer noch Kapitel 1? Ja, ich denke schon. Also wir haben sonst keine weitere Meldung gesehen. Es sollte immer noch Kapitel 1 sein, ja. Habe ich nicht auch eine Lampe? Wie setze ich die ein? Ah, auf Kreis. Okay. Immer her damit. Schade. Hier auch nicht. Okay. Aber warum muss es hier so dunkel sein, Mann? Irgendwie, irgendwie scary. Schon 1.100 Likes. Vielen Dank. Mann, ich weiß nicht mal, was ich da aufsammle. Pistole, Handwaffenmonie, Traumakissen, Haftbandage, stellt eine beträchtliche Menge an Gesundheit wieder her. Batteriepack für die Taschenlampe und Schmerzmittel. Stellt kleine Menge an Gesundheit wieder her. Okay. Dann sollten wir die Batterie mal nicht über beanspruchen, wenn die tatsächlich nicht unendlich verwendet werden kann. Aber die Lichteffekte sind schon geil, ey. Schaut mal auf den Boden allein. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Da ist er wieder. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Ja, also ich denke mal, das Entnehmen des Herzes. Aber wir wollten doch wissen, was da drin ist. Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Jetzt sag aber nicht Klopapier. Das wäre ja so gottlos. Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Ein Schriftzug? Wie haben Sie das angestellt? Auf dem Herz? Oder. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Ich sehe da ehrlich gesagt nichts. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Ja, würde ich auch. Ich kriege diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, ich werde heute Nacht von dem Bruder hier träumen. Fernsehen? Achso, da können wir uns den Shit nochmal anschauen. Es gibt wohl sechs Tapes. Okay. Okay. Ja, das erste war schon mal... Das erste war schon mal... Dann wollen wir mal wieder Schlüsse ziehen. Kann ich das jetzt hier irgendwo hinpappen? Nee. Ähm... Wie muss ich denn da jetzt vorgehen? Ah. Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Ja, das wussten wir aber auch schon. Vier Hinweise. Safe. Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Safe. Ah, jetzt können wir unsere Bilder verwenden, die wir für später zurückgehalten haben. Die gehören zum Kult-Ziel. Ach nee. Da oben ist auch noch was. Muss die Lampe da sein? Welche Art von Kult? Kultisten trugen Hirschmasken. Was? Wieso gilt das nicht als Kult-Symbol? Was denn sonst? Hm. Ja gut. Gut, dass ich nicht beim FBI bin, ne? War ich jetzt wieder zu vorschnell? Ich dachte, wir hätten schon alles verteilt. Ja, das ist ein bisschen zu lang gezogen, dieses Hinweise suchen und präsentieren, finde ich. Vor allem, weil du da so schnell den Überblick verlieren kannst. Weißt du jetzt auch gar nicht, was die noch von mir wollen. Ich war eigentlich bei allen Akten. Ja. Ja. Keine Ahnung, du. Ah. Okay, da ist doch noch was drin. Ja, weiß ich nicht. Muss man jetzt nicht so in die Länge ziehen eigentlich? Wir haben zum Beispiel auch noch kein einziges Mal die Waffe benutzt. Also, keine Ahnung, ist das Game ja auch wirklich krass lang. 18 Kapitel. Wir sind immer noch im ersten. Nicht vergessen, ne? Trotzdem, das hätte man ein bisschen beschleunigen können hier. Verschmierter Text unter der Haut. Das Herz. Das hatte doch auch eine Innschrift, oder? So habe ich es zumindest verstanden. Ja. Aufgequollene Gelenke. Kommt hier hin. Und Brustkorb wurde aufgerissen. Etwas steckt drin. Ja, das passt halt jetzt aber eigentlich auch zu beidem. Aber, ah, wir sehen durch das hervorgehobene Gelb, dass hier noch was fehlt. Okay, okay. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Liesen ist die Mörder dort? Was steht denn da drauf? Gar nichts? Einfach nur ein Stück Papier? Kann doch nicht sein. Losferatu, danke fürs Geschenk an Deku. Ah, da haben wir es ja. 25 Stunden Story? Boah, das ist viel. Für ein Story-Game ist das viel. Das ist eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Nein, nein, Moment. Ist der jetzt weg? Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker. Sie sind nicht so gut. Kasey! Nein, nein! Hat sie nicht gesehen. Konnte nicht ins Helle Licht sehen. Dafür wirst du bezahlen. Scheiße, scheiße, scheiße. Er kommt. Keine Waffe. Laut der Seite muss man ins Licht. Wir haben einen neuen Schwänzel, Mann. Versuch im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Ehrlich gesagt verstehe ich, ich werde dich... Naja. Du wirst mich niemals mit diesen fünf Zentimetern... Das ist nicht dein Hauswisch, Marco. Eine Lichtzuflucht stellt einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Wenn du eine Lichtzuflucht während eines Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorübergehend entleert. Los! Okay, 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 okay. Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Yo, shit. Oha, okay. Oha, okay. Das war Kapitel eins. Ja, starkes Ende. Was ist zum Teufels passiert? Was ist zum Teufels passiert? Also ich würde sagen, starker Anfang, starkes Ende, dazwischen... Ja, ein bisschen zu viel von diesem hier Button und Conclusion Ding. Oh! 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 Is my pasta- War esòng państw! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr geiler Soundtrack, wie ich finde. Ich habe gerade geguckt, ob der jetzt eigens fürs Spiel ist. Es ist aber lizenzierter. Also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht dann nachher auf die Fresse kriege. Ich hoffe, dass der für YouTuber freigegeben ist und nicht wieder geclaimed wird oder das Video wird gesperrt. Das wäre kacke. Ja, aber war ein geiler Soundtrack. Ob der auf Spotify ist, wurde gefragt. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Kannst ja mal schauen, ansonsten findest du den bestimmt auf YouTube oder irgendwo anders. Klang gut auf jeden Fall. Kannst du ein PS4 oder PS5 Spiel empfehlen, das ohne Horror und viel Grusel auskommt? Fragt Fredinus. Danke für die fünf Münzen. Ja, kann ich. Also zwei fallen mir direkt ein. Uncharted 4 und Spider-Man. Das neue, was wir jetzt vor fünf Tagen oder so gespielt haben. Ne, vor einer Woche war es, genau. Spider-Man 2. Natürlich bietet sich es dann auch gleich an, Spider-Man 1 und Spider-Man Miles Morales zu spielen. Haben nichts mit Horror zu tun und sind beide, alle drei, großartig. Ansonsten Ratchet & Clank Rift Apart auch mega geil gewesen zum Launch der PS5. Kam es zum Launch? Auf jeden Fall am Anfang der PS5-Ära. Ja, das sind so die drei, die mir spontan einfallen. Welches Game fandest du am emotionalsten? Auch da fallen mir zwei sofort ein. Einmal das erste Life is Strange. Das war echt krass. Und The Last of Us. Auch für Playstation. Aber mein lieber Fredinus, das hat mit Horror zu tun. Also da bist du dann raus. Horizon Forbidden West steht gerade noch im Chat. Genau, das hat auch nichts mit Horror zu tun. Ist ein schönes Open-World-Game. Nice adventure. Also genau, ja, Horizon würde ich dann auch noch da mit reinnehmen. So, es gibt natürlich noch tausend andere, aber die fallen mir gerade irgendwie nicht ein. Aber ich glaube, mit so vier Empfehlungen kannst du schon mal was anfangen. Er hatte kein Herz. Aber er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Das half mir gegen ihn. Er ist einfach verschwunden. Was zum Teufel geht hier vor sich? Wir müssen es rausfinden, wenn wir etwas dagegen unternehmen wollen. Irgendwie müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Also spätestens jetzt wirklich basically the X-Files. Ach, der Polizist ist tot oder was? Damn. Also Alan schreibt die ganze Geschichte hier, oder was? Aber soweit ich weiß, spielen wir auch noch Passagen mit ihm. Was kommt denn dann bei ihm bitte vor? Ach, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Was kann ich? Was stand da gerade? Also das hier war ein Manuskript. Achso. Ich glaube, das stand da. Wir haben ein Radio freigeschaltet. Ist das der Soundtrack gerade? Von eben? Nochmal? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Okay. Das heißt, es gibt wohl acht solcher lizenzierter Soundtracks. Okay. Hey, warte. Wir haben hier noch was Ungelesenes. Ja. Das ist halt alles, was er geschrieben hat, denke ich mal. Er hatte kein Herz wie meine Ex. Ja, fühle ich. Falltafel. Ja, das ist das, was ich vorhin noch sagen wollte. Also ein bisschen viel von dem an die Wand klatschen und Conclusion hätte man vielleicht etwas eingrenzen können. Aber sonst? Was ein Bild. Nein. Wieso nein? Nein. Nein. Wo gehört das denn hin? Hä? Hä? What da? Warum? Bei Kult? Ziel? Ich sag euch ehrlich, dafür bin ich zu doof. Der Song von eben hieß Follow your Follow you into the night. Okay. Leichte Organe des Opfers mit Kritzeleinen übersät. Das sollte doch als ich da bei den Symbolen hinkommen. Warum ist das falsch? Ja gut, okay. Da passt es auch, ja. Ja, weiß ich nicht. Ist nicht so mein Ding. Denken. Keine Chance. Er war das einzige Opfer, das zu einem Monster wurde. Ja, ja. Okay. Sonst noch was? Nee. Ja, also ich denke, das zweite Kapitel machen wir auf jeden Fall auch noch und dann mal schauen. Ich weiß ja nicht, ob die alle gleich lang sind. Ich denke aber nicht. Vor dem ganzen Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Vielleicht wusste der Sheriff mehr, als er Zug gab. Er wirkte so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Macht gefühlt keinen Sinn, wo die Sachen hingehören, oder wir sind beide dämlich. Ja, weiß nicht. Der Part gefällt mir am wenigsten, aber alles andere am Spiel ist gut bisher. Was wir gerade gesehen haben, lässt sich nicht rational erklären. Ich würde es ja gerne auf eine Halluzination schieben, aber wir wissen beide, dass das Blödsinn ist. Das war etwas Übernatürliches. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Das Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster. Gibt es da einen Zusammenhang? Sieht so aus, als würde der Kult des Baumes Rituale durchführen, um Monster zu erschaffen. Hm, vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Wenn du feststeckst oder keinen Plan hast, du dich weitergedenkt hast, dann kannst du den Gedankenraum aufsuchen. Ja, dort bin ich eigentlich am meisten stuck, aber egal. Jetzt ist die Frage, ob wir schon wieder gehen können, weil ich will jetzt hier auch nicht meine ganze Batterie verschwenden eigentlich. Als ob da nichts mehr drin ist. Wie wollen wir denn jetzt eigentlich den anderen das mit der Leiche erklären? Oh. Zwei Leichen. Verdammt! Hat die den Schlüssel dafür? Nö. Ja, ich glaube, dann folgen wir mal dem Tipp und gehen wieder in den Gedankenraum, oder? Weil ich bin hier, das hätte ich jetzt etwas überfragt gerade. Ansonsten, Chat, jetzt könnt ihr mich einmal carryen. Ich habe überhaupt keinen Plan. Hier ist nämlich auch nichts irgendwie als neu markiert. Warst du mal auf den Galapagos-Inseln und wie war das Wetter dort? Ne, ich war da nicht. Leider. Bestimmt geil, aber ich war da nicht. Was will das Spiel von mir? Ich gucke mal in die Akten. Meistens ist ja dann doch noch was in den Akten. Ah! Ah! Warum hast du hier auf einmal dieses Foto? Das hatte sie vorhin nicht. Vor allem das... Ja. Hä? Also, dass manchmal so Fotos einfach random auftauchen, ist schon... ...verwierend. Finde heraus, wo Nightingale hinging. Ja, wir müssen echt häufiger in die Akten schauen. Da spawnt man es mal was. Wo ging er hin? Hm. Saga war zurück am Cauldron Lake. Er war ebenfalls dort. Ein Besessener. Ein Kreatur... Eine Kreatur der Dunkelheit. Weiß ich jetzt nicht, ob das da dazu gehört. Ich probiere es einfach aus. Ich frage nur, weil ich die Niederschlagsschwankungen auf den Inseln erforsche. Allerdings bin ich leider auch nicht vor Ort. Falls du ein Ticket hast, dann gibst du mir gerne. Ich komme mit. Laut der Seite ist Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Ja, besessen sah er auf jeden Fall aus. Oh oh. Wir haben Schüsse gehört. Alles okay? Waren die Leichen zu viel für Sie? Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. Wir müssen sofort zurück zum Cauldron Lake. Scheiße. Das ist schrecklich. Wir tun, was wir können, Ma'am. als ob die das uns einfach so abkaufen. Scheiße. Schnell weg, bevor sie sich's anders überlegen und mich einsperren. Kapitel 2 ist sehr intens. Ui. Freue ich mich. Aber eigentlich wollte ich auch noch ein Kapitel mit Alan spielen. Wenn das jetzt hier wirklich so vier Stunden dauert, dann wird's schwierig. Nightingale und dieser Kult sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Aber ich mag sie auf jeden Fall. Agent Casey spricht. Ja. Wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Sofort. Und sie glauben, dass wir Nightingale am See finden? Die Seitenlagen bisher nie falsch. Der Verfasser dieser Seite könnte uns an der Nase herumführen. Ja. Aber das ist unsere beste Spur. Was macht sie da? Bürgermeister Setter nimmt ihre Probleme ernst. Schwänzelmann 2. Ich frage mich, ob der sich noch irgendwas anziehen wird oder ob wir den jetzt das ganze Spiel so ertragen müssen. Du kannst mit dem Auto zu den Schauplätzen reisen. Ah ja. Ausstempeln und dann ein Bier oder vielleicht drei. Oh. Ich glaube, da ist jemand sehr unzufrieden mit seinem Job. Kapitel 2 ist kürzer. Okay. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller. Ja. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern. Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Sorry. Haha. Gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mehr auch nicht. Und vor zehn Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wake's Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wake's Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Returns zur Weih! Das Herz! Dankeschön. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen, um die Hinweise zu verstehen und den Fall zu lösen. Ja, Synchro-Bug ist zurück. Das war so random, wie sie einfach kurz Fangs gesagt hat. Schön, dass wir jetzt eine andere Tageszeit hier an dem Setting erleben dürfen. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Jetzt muss man wieder eine neue Serie geben, die wie Akte X ist. Die Modernen sind zu sehr auf Effekthascherei aus. Ja, das wird glaube ich auch nichts mehr. Alle wollen nur noch CGI overusen und offenbar gefällt das ja auch den meisten. Ich bin Ilmo Koskela. Freut mich sehr. Und ja, ich zeige Steven hier den Wald. Er erledigt wichtiges Regierungszeug in der Stadt. Präpariert dieses tolle Gerät. Ich arbeite für das FBC, Ma'am. Ich darf hier sein. Und Sie sind sicher wegen des Mordes hier? Nicht heftig. Wie geht's voran? Hm. Kann man mittlerweile 4K-Streams auf Twitch machen? Nein. Immer noch nur 1080p. Mit lächerlichen 7-Bit-Raten. Ihr seht hier gerade 4K mit 30. Was ist das denn? Nur eine Überwachungsstation, Ma'am. Das Federal Bureau of Control überwacht vulkanische Aktivitäten und Luftqualität. Aber keine Sorge, es dient hauptsächlich zu Forschungszwecken. Das ist ein schöner Pulli-Saga. Nordischer Stil. Den hat bestimmt jemand aus der Familie gemacht. Meine Mutter hat mir diesen Pulli gestrickt. Woher wussten Sie das? Wusste ich's doch. Meine Mama hat diese Pullis für mich und meinen Bruder gestrickt. Watery, meine Heimat, wurde von finnischen Zuwanderern gegründet. Was sie und ihren Pulli angeht, dachte ich, sie wären auch aus Finnland. Suomi, Finnland, Pula, Karyalampiraka. Fast. Die Familie meiner Mutter stammt ursprünglich aus Schweden. Viel mehr weiß ich leider nicht. Der Pulli ist einfach eine Erinnerung an sie. Das ist der Typ von dem Werbevideo, der die Regierung beleidigt hat. Achso. Deswegen ist er so drauf. Steven, wir untersuchen einen Mord in der Nähe. Was können Sie mir über das Büro sagen? Nichts, was nicht geheim wäre, fürchte ich. Aber von einem Mord weiß ich nichts. Die Operationen hier werden von einer anderen Abteilung geleitet. Ich bin nur wegen ein paar Reparaturen hier. Die Verkabelung macht alle paar Monate Probleme. Ja, das sind die Waschbären. Die werden hier richtig groß und haben Zähne. Das glaubt man nicht. Können einfach eine Mülltonne durchbeißen. Das wäre dann alles. Bisschen komisch ist das hier aber auch. In Kapitel 3 übernimmt man Alan Wake. In Klammern John Wick. Ja, der sieht halt schon so aus, ne? Aber man darf nicht vergessen, Alan Wake war vorher da. Ist der vierte Teil von John Wick jetzt eigentlich endlich zum Laien auf Amazon? Eine Alex Casey Film Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Weil ich warte schon so lange, dass ich mir den Filmen nicht anschauen kann. Manuskriptfragmente werden verwendet, um Waffen im Gedankenraum zu verbessern. Wir haben die noch. Doch einmal haben wir sie verwendet. Aber jetzt können wir sie schon verbessern? Dann ernst? Nein. Okay. Wir haben jetzt zwei Schnipsel und wir brauchen deutlich mehr. Alles klar. Oder? Oder hier? Doch. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verguckt. Ja, aber es wäre auch Quatsch, wenn wir jetzt schon die Waffe verbessern könnten. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass die Waffe dafür verantwortlich war. Ich glaube nicht, dass Nightingale dafür verantwortlich war. Eine spontane Selbstentzündung? Ich weiß nicht. Mit so einem Fall hatten wir es noch nie zu tun. Unser Tatort versinkt im Wasser. Regen hat mich noch nie gestört. Fühlt sich an wie... zu Hause. Keine Spur von Nightingale. Aber laut der Seite war er beim Calden Lake. In einem Übergang. Und wie sollen wir ihm dorthin folgen? Richtig überflutet. Und das mit dem Regen hat er doch schon mal gesagt, oder nicht? Du bist mein Lieblings-Youtuber. Vielen, vielen Dank, Pia. Grüße an dich. Das Symbol haben wir schon mal gesehen. Hm. Gutes Auge. Monster? Übergänge? Rituale? Was halten Sie von all dem? Normalerweise führen die Killer das Ritual durch. Nicht der Detektiv, der seine kranken Fantasien auslebt. Vielleicht will er sie mit hineinziehen. Und in seine verrückte Welt zwingen. Aber wenn Tote wieder auferstehen, bekommt das Wort Ritual deutlich mehr Gewicht. Wir müssen uns umsehen und herausfinden, was dieses Ritual genau ist. Und wenn wir Nightingale finden? Was dann? Ich habe noch nie ein Monster verhaftet. Sie haben schon genug Monster verhaftet, Anderson. Sie wissen, was ich meine. Richtige Monster. Das Licht in der Leichenhalle hat Wirkung gezeigt. Vielleicht kann man nur so verhindern, dass er noch jemandem wehtut. John Wicktail 4 gibt es jetzt für 4,90 Euro auf Prime zu leihen. Okay, geil. Dann kann ich mir das endlich bald mal anschauen. Danke für die Info. Das war wirklich ewig gar nicht verfügbar. Dann nochmal über einen Monat nur zum Kaufen für, ich glaube, 16 Euro. Barfuß. 19 Gate. Ich will sehen, wo diese Footprints liegen. Nein! Wird erledigt. Wenn es was gibt, melde ich mich. Mann, wieso? Aber es scheint nur bei der deutschen Synchro vorzukommen. Uff. Belasto. Soll ich jetzt noch mehr suchen oder schon in den Gedankenraum? Ich glaube, wir gehen mal in den Gedankenraum, sicherheitshalber. Oh. Diverse Updates. Mehr Updates, als wenn du die PS5 startest. Es kann kein Zufall sein, hier eine KC-Film-Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? Wow. Man muss schon sehr schlau sein, um den Job zu machen. Lunchbox von der FPC-Überwachungsstation am Cauldron Lake. Äh, aber das mit der Lampe ist wirklich dumm. Was soll das? Kennst du den Anime-Fairytale? Vom Namen her, aber null Ahnung über den Inhalt. Abgeschlossen. Der Kult des Baumes steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Der erste Teil auf PS5 war nicht so gut, habe noch eine Stunde abgebrochen. Ja, ich fand den auch nur okay. Aber alles, was man vom zweiten gesehen hat, war schon besser. Finde ich, bestätigt sich jetzt auch. Nur hier die Passagen finde ich immer ein bisschen zu lang und kompliziert. Aber sonst? Es sieht top aus. Es ist spannend. Gruselig hier und da. Witzig. Also der Humor ist auch echt gut. Geiler Soundtrack. Schnitzerei. Das kommt zu den Symbolen. Yes. Studentet. Haben wir noch ein Update? Ja, ne? Wo sind Spuren, die in den Wald hineinführen? Ähm. Er kann eigentlich nur noch hier hinpassen. Kann ich dir die Soundtracks empfehlen. Okay, kann ich mal reinhören. Warum war das jetzt schon wieder gelb markiert? Hier ist gar kein Update. Hier auch nicht. Äh? Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns wirklich weiter umschauen sollen, oder? Oh, ich was vergessen habe wieder. Aber er reagiert auch nicht. Deswegen denke ich, ja, wir sollen uns umschauen. Und das bei dem Pisswetter hier. Aber wir haben jetzt gar keinen Hinweis. Wenn ihr was wisst, dürft ihr es mir gerne in den Chat schreiben. Bevor ich hier unglaublich viel Zeit verschwende. Aber hey, warte mal. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Ja, geil, 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 weil es hieß ja auch, dass es einige so offenere, semi-open-world-Bereiche gibt. Jetzt geht's richtig los. Der Anfang war noch sehr linear, jetzt wird's offener. Okay, stabil. Ja, können wir aber nicht sehen, wenn du die Taschenlampe ausmachst. Oder ist irgendwo ein Lichtschalter. Überall diese Zeichen, ne? Aber es sieht schon richtig gut aus. So, die Texturqualität ist schmackhaft. Auf der Karte werden relevante Dinge markiert. What? Hier diese roten Markierungen. War das Haus hier dann vorher auch rot? Weil da ist nämlich gerade nichts zu sehen. Ich war doch gar nicht im Gedankenraum. Warum sagt man das Spiel jetzt jetzt? Ich war nicht im Gedankenraum. Lasst euch das eine Warnung sein, Eindringlinge. Angeblich handelt es sich bei dem See um eine Caldera, die Senkgrube, die ein Vulkan nach dem Ausbruch hinterlässt. Aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn es etwas anderes ist? Etwas nicht Natürliches, sondern etwas Menschengemachtes? Geplant? Ich glaube, dass der See nicht entstanden ist, sondern dass er geplant wurde. Und er hat einen Zweck. Der See ist ein Versteck. Unter der stillen Oberfläche verbirgt sich eine geheime Maschinerie, die mit einem Knopfdruck aktiviert werden kann. Und die Leute mit dem Knopf, die sitzen in dem großen Haus am See und bereiten sich vor. Ich weiß es. Erste Zeichnung. Wasserleitung. Echte Caldera aus dem Vulkan entstanden. Lava. Zweite Zeichnung. Wasserleitung. Konstruierte Struktur. Seltsame Maschinen. Also wir haben ja auf jeden Fall noch ein Foto gefunden, das wir zuordnen müssen. Aber ich gehe jetzt dann tatsächlich erstmal zu den ganzen rot markierten Orten. Wenn ich es nicht finde. Was ist der Lieblingswein des Waldes? Bitte, Anderson. Schluss mit den Wortwilden. Der Zweigeld. Kapier ich nicht. Klar tun Sie das. Eine Schließkassette. Oh. Ist das das Symbol des Kult des Baumes? Da ist ein Schloss. Ich sollte mir ansehen, wie ich das Ding aufbekomme. Verwirrt? Dann folge diesen Schritten. Hände waschen. Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen. Einen Nickerchen machen. Was? Oh. Warte, warte, warte. Hände waschen. Also das Badezimmer. Küche. Und Schlafzimmer. Da sind wahrscheinlich verschieden angeordnete Symbole. Und die sind das Passwort. Ist das das Schlafzimmer? Nein. Also hier ist die Küche. Okay. Das ist dieses Symbol in quer. Aber wir müssen mit dem Bart anfangen. Das ist auch in quer. Aber nach links neigend, oder? Warte. Links oben. Gerade. Warte. Und. Bark. Recht. Hoffentlich stimmt das. Links oben. Normal. Oh, war es ne Sanduhr? Ja, oder? Bei den Sets heiß bin ich mir grad nicht sicher. Okay, war falsch. Verdammt. Wusste, ich hätte es abfotografieren sollen. Habe ich jetzt nicht geahnt, dass das so ähnliche Details sind. Hände waschen. Hühnchen aus dem Kühlschrank. Nickerchen. Aber die Orte waren richtig. Ziemlich sicher. Ja, halt die Klappe jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Halt's Maul. Der Northside-Slasher. Aber das war ein ganz anderer Fall. Die Bäume, Anderson. Er versteckt die Leichen im Wald. Das andere war doch auch ne Uhr, oder? Also diese Uhr. Hier, der Kühlschrank. Hä? Hä? Wo hab ich denn jetzt nen Fehler gemacht? Kühlschrank. Und Bett. Wo war mein Fe... Ah, ich... Das letzte Symbol war, glaube ich, falsch. Das letzte Symbol war falsch. Bleibt es gespeichert? Ja. Also das müsste eigentlich korrekt sein hier oben. Ja. Dann das hier. Ja. Und wir haben das gewählt. Aber... Das ist Bullshit. Es ist nämlich das hier. Notizen und Munition. Das Werkzeug der Wahl. Nehmt euch nichts, wenn ihr nicht zu den Bäumen gehört. Alles klar. Aber cooles Rätsel. Nice. Gerne mehr davon. Dann müssen wir... Ja, lass mal nach links außen zu Witch's Ladle gehen. Aber er wartet nicht, dass ich irgendwas von Orientierung besitze. Sag ich doch. Das untere war falsch. Ja. Also... Das, was wir als allererstes beim Koffer eingegeben haben, war richtig, die ersten zwei. Aber dann unten den Fehler gemacht. Da war das Symbol einfach falsch. Immerhin direkt gecheckt, was verlangt wird. Äh, was ist mit der Musik? Die Spuren führen ins Wasser. Wo ist er? Ich spüre was. What? Eine Präsenz. Nightingale ist ganz nah. Wow. Ich habe einen Gegner erwartet, aber ganz sicherlich nicht so einen insaneen Jumpscare. Hä? Hat das Spiel noch mehr von sowas? Das wusste ich nicht. Ähm. Und dann auch noch während sie redet. Ich habe mich sausicher gefühlt. Hä? Das war ich aber vorhin noch nicht. Mir ist sogar dieser gottverdammte Controller aus der Hand gefallen. Ich bin eigentlich nicht so leicht zu erschrecken. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Ja, ne. Okay, 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 okay. Die meisten aus dem Chat sind auch tot. Gut. Gut. Aber warum ist das hier rot? Was soll ich denn da finden? Da ist nichts. Da bin ich völlig doof. Keine Ahnung, man. Was ist das denn hier? Wish Lail? Es ist kein Wunder, dass der Cauldron Lake nach seiner ungewöhnlichen Kesselgestalt benannt wurde. Dennoch gibt es viele wundersame Geschichten über den See. Er soll angeblich ein finsteres Tor zur Unterwelt sein. Oder dass der See in Wirklichkeit der Kessel eine Hexe war. Die Legende besagt, dass ein örtlicher Sheriff, dessen Zuneigung nicht erwidert wurde, die... Habt ihr es gehört? Die betreffende Dame bezichtigte, ihn verhext zu haben. Sie wurde ertränkt, aber aus ihrer fallengelassenen Schöpfkelle wuchs ein seltsamer Baum, der Witch's Ladle genannt wurde. Die Dame kehrte jedoch wieder, um sich an den Schuldigen zu rächen, wenn sie nicht schon vorher eine Hexe war. So war sie es jetzt. Sie tötete den Sheriff und ertränkte ihn im See. Dann entnahm sie sein Herz und verschloss es in einer Kiste. Mit dem Herz wollte sie ihn aus dem See heraufbeschwören, um sich an ihm zu rächen. So lautet zumindest die Legende. BTF? Das ist ja der Ursprung des ganzen Shits. Ist die Markierung jetzt weg? Ach, das war das noch gar nicht? Kannst die Taschenlampenverstärkung R1 einschalten, um deinen Schaden an der Dunkelheit zu erhöhen und dich durch dunkle Substanz zu brennen. Was? Jo. Die Sicherung war an ihrem Platz. Saga betrat die Witch's Hut. Drinnen leuchtet ein helles Licht. Einige Objekte stachen Saga ins Auge, als ob das Licht sie manifestiert hätte. Nur die Fragezeichen. Fragezeichen zielen. Okay. Oh, die böse Musik ist auch weg. Boah, zum Glück. Ey, nach dem Jumpscare hatte ich schon Angst, dass es jetzt noch schlimmer wird. Aber die Markierungen sind noch da. Alter, jetzt weiß ich nicht, ob hier noch was ist. Ich habe aber nichts gefunden. Weiß das jemand? Sonst gehen wir woanders hin. Nee. Vielleicht von oben? Auch nicht eigentlich. Dann suchen wir uns mal hier was raus. Weil ich glaube, das ist das, wo wir vorhin schon gestartet sind, oder? Nee, Blödsinn. Da sind es sogar Fragezeichen. Zwei. Er hat was gesehen. Aber stimmt schon. Doch, doch. Das ist der Ort, wo wir gestartet sind. Warum sind dann hier noch Fragezeichen? Kommt man in das Gebäude rein? Es ist als relevanter Ort markiert. Weird. Schon mal Kalisto-Protokoll gespielt? Hey, ich war gehypt, bevor das rausgekommen ist, aber dann, als es rausgekommen ist, habe ich realisiert, dass das Schmutz ist. Meiner Meinung nach. Da hat gerade irgendwas geknackst. Okay. Also ich werde jetzt noch mal hier hingehen und dann Bilder zusammenlegen, weil bei den Fragezeichen finde ich nichts. Und auch keinen Eingang in dieses Gebäude. Ich finde, die Witches hat. Stimmt, das ist das Ziel. Oh, und hier kommt man nicht durch. Aber ist das nicht dieser riesige Baum, den wir mal gesehen haben? Ja, dann doch hier lang, wahrscheinlich. Ja, hier waren wir noch gar nicht. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier kommt ein Monster oder was auch immer. Ey, du scheiß Stuhlverpiss. Richtig Last of Us Vibes. Irgendein Gebäude hier. Streamst du nur auf YouTube. 90%. Okay. Ein Bild. Hm. Montag 3.9. Verdächtige Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubte, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich. Den Melder besser ausbilden. Dienstag 4.9. Nichts zu berichten, ein paar Tiere wie immer. 5.9. Nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer. Ich habe ein paar Schüsse gehört. Nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben, sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. War das die Tatnacht? Es gibt doch draußen bestimmt noch was. Ey, aber falls ein Gegner auftaucht, hier ist Licht. Da sind wir ja sicher. Wo führt das hin? Ach, jetzt sind wir bei diesem roten Bereich? Ach so. Oh, Bruder. Und das Haus, das war auch das von eben wahrscheinlich. Ja, safe. Weil die Schlüsseltür, die war vorher noch nicht da. Ach so. Alter, die Karte ist irgendwie größer als gedacht. Der Eingang in das Haus war also auf der anderen Seite. Was ist denn das hier? Noch eine Lunchbox? Wer lässt die hier rumlegen? Ah, sehr gut. Ein Fragment. Ey, dann brauchen wir aber wirklich noch sau viele, bevor wir unsere Waffen upgraden können. Aber ich glaube, ich habe jetzt erst drei. Und das war das, was wir hier finden konnten. Okay. Dann gehe ich mal in den Gedankenraum und schaue mal, ob das schon alles war. Falls nein, bekommt man dann einen Hinweis? Oder wie läuft das? Mhm. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Wer steckt in der Nähe des Wohnwagens? Um Cauldron Lake. Bei einem Gedankenpalast bist du übrigens ungeschützt. Echt? Also ich könnte jetzt gekillt werden in der Oberwelt. BTF? Was soll das denn? Das ist ja voll fies. Krass. Auf einem Tisch liegt eine große Menge an Vorräten. Da muss ich jetzt raten. Überhaupt keine Ahnung, wo das hingehört. Sieht falsch aus. Ja, wo? Es passt ja nirgendwo. Bei welcher Art von Kult? Ernst. Drei Ex-Figuren. Okay. Also manches ist sehr, sehr unklar, finde ich. Ich glaube, das Rote auf der Map sind einfach nur Stellen, die blockiert sind. Hm, weiß nicht. Ich denke schon, dass da Sachen sind, die man sich holen soll. Also es war zumindest jetzt schon eigentlich dreimal relevant. Wir müssen immer noch die Witch-Sat finden. Wir können uns aber auch was anschauen. Ich weiß, Nightingale ist hier irgendwo am Cauldron Lake. Der Baum war ein Grenzbereich. Dieser Ort und der dunkle Ort, das ist zu viel für sie. Nächster Halt, Caldera Street Station. Die Schwelle. Eine Art Zugang, der zu Nightingale führt? Hat irgendwie mit einem Baum zu tun. Sag ich doch, Alter. Ja. Dann müssen wir da jetzt wahrscheinlich hin. Oder? eine Zielmarkierung habe ich halt nicht. Ich glaube, wir gehen da einfach nochmal hin, oder? Wäre das klug? Nosferatu, danke für die Mitgliedschaft an Dominik Hillebrandt. Aber dieses Licht ist doch hier nicht ohne Grund. ja, gehen wir mal hin. Vielleicht ist da jetzt bei dem roten Bereich etwas, wo wir vorhin nichts gefunden haben. Oder hier, ich bin da auch gar nicht rauf, oder? Digga, da steht doch sogar Witch's Hut. Bin ich eigentlich blöd? Oh nein. Ach ja? Okay, dann schnell Licht anmachen. Wo ist die Sicherung? Aber wahrscheinlich nicht hier. Sondern, keine Ahnung, im Nebenschuppen oder so. Hier ist eigentlich gar nichts. Ach, da. No way. Wo soll die denn sein? Hier? Aber nicht. Woher will sie das denn wissen? Ist die Experte, oder was? Freitag. Mitch hat mir heute erzählt, dass ihre Familie wegzieht. Das ist echt ätzend. Ich habe ihr noch einmal gesagt, dass ich sie wirklich mag. Was bringt das jetzt noch? Sie sagte, ihre Eltern würden einen besseren Job suchen und sie auf eine bessere Schule in einer großen Stadt schicken. Ich schätze mal, das ist vernünftig. Wer will schon in diesem Kaff versauern? Sonntag. Ich habe es ihr gesagt. Es ist jetzt aber nur danke gesagt. Ein echter Tiefschlag. Sehen uns im Gym, bro. Montag. Gestern Abend habe ich mich wieder rausgeschlichen. Ich bin zu dem großen Haus am See gegangen, anstatt es wie sonst immer nur von hier aus zu beobachten und herumzusitzen. Scheiß drauf. Jedenfalls geht da unten etwas Seltsames vor sich. Ich wurde... Nee, ich werde herausfinden, was? Ich werde morgen mit besserer Ausrüstung wieder hingehen. Ich wette, ich finde einen Weg ins Innere des Gebäudes. Dann mache ich ein paar Fotos. Das wird episch. Schön und gut, aber wir brauchen eine Sicherung, sonst scheiße ich mir die Hosen. Das ist keine Sicherung. Oh yes. Die sieht gut aus. Aber Leute sollten ihren Müll nicht liegen lassen. Okay, okay, okay. Vorsichtig. Da ist noch eine Lunchbox. Oh. Oh. Ich bin vorsichtig. Man hört ständig. Man hört ständig irgendwas klappern oder rascheln. Das ist schon gut gemacht. Vor allem, ich finde es eigentlich auch gut, dass sie nicht übertreiben mit den Jumpscares oder auch mit den Gegnern. Das ist alles sehr subtil bisher. Ich weiß nicht, wie es später ist, aber es ist irgendwie besser so, weil du dann halt auch wirklich Angst hast, anstatt wenn du alle 20 Sekunden einen Zombie niederschießen musst oder so. Ist auch geil, ja. Aber irgendwie auch mal cool, etwas portionierteres zu bekommen. Okay, dann können wir... Gut. Dann können wir jetzt die Taschenlampe ausmachen und hier auch offenbar speichern. Was hier ist ein Schutzraum? Ja, nice. Richtig Resident Evil. Hm. Hm. Ja, auf jeden Fall erst mal speichern. Ja, schnell. Hey, guck mal. Da steht sogar ein Kaffee bereit. Das ist der beste Schutzraum ever. Der dampft sogar. Also der ist frisch. Und was ist das? Und das ist so... Langosch? Ja, moin. Ich will gar nicht mehr raus. Wir bleiben jetzt hier. Wir bleiben jetzt zu Ende. Vorbei, ciao. Nein. Wobei, warte. Wir gehen doch nochmal rein und gehen hier in den Gedankenraum, weil, wenn mir gehört, wir sind nicht sicher, wenn wir hier sind, aber im Schutzraum schon. Und ballern mal die Bilder dahin. Weil eigentlich habe ich jetzt ja auch alles erfüllt, was ich tun sollte. Heißt, wir brauchen ein neues Ziel, oder nicht? Habe ich die falsche Akte ausgewählt? Ja. Interpretiere die Bedeutung der Seite. Machen wir. Lunchbox vom Bereich Neuer der Witchshut am Cauldron Lake. Das gehört... Ja, zum Cauldron Lake. Wer hat den Kaffee gemacht? Ich weiß nicht. Irgendein netter Abonnent. Ich glaube, da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Das ist einfach nur ein... Ja, ein Detail. Heltes Licht bietet Schutz. Haltet die Augen nach anderen Orten wie diesen offen. Ja, ja. Safe. Ich schaue auch gerade Resivier nach. Ja, have fun. Das war mir aber zu viel Geballer. Also, Safe kein schlechtes Spiel, aber es war nicht das, was ich... Nicht der Horror, den ich wirklich bevorzuge. Sind wir hier bei Starbucks? Kann man ja so interpretieren. Witchshut am Cauldron Lake. Die Seite von der Witchshut scheint eine Art Ritual zu beschreiben. Was ist das Ritual? Das Wort auf dem Herzen. Ja, das wissen wir noch nicht, ne? Nochmal ne Abzweigung. Na gut. Um zum Übergang zu kommen, muss ich Nightingales Herz finden. Die darauf stehende Zeile und die Zeile auf der Seite zum Schild der Witch's Lady lesen und dann das Herz durch das Loch im Schild schieben. Na, großartig. Nightingales Herz ist aus der Leichenhalle verschwunden. Wo ist das jetzt? Mhm. Ich brauche Nightingales Herz für den Übergang. Wo ist es? Ein Kultist lehnte sich nahe heran. Er war da, aber er war aufgestanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Wo ist es? Nightingales Herz. Wo ist es? Währenddessen spielten sie im wahren Haus Karten. Die Ängste hatte sein Herz gestohlen. Raus aus meinem Haus. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im wahren Haus. Warte. In dem, wo wir waren? Ja, anscheinend schon. Aber wir müssen vorher das Ritual ausführen. Wie? Ich muss im wahren Haus nach dem Herz suchen. Casey. Ich bin unterwegs zum wahren Haus. Ich glaube, ich weiß, wie ich in den Übergang komme. Verstanden. Ich bin den Spuren eines Quads in den Wald gefolgt und habe mich ein wenig verirrt. Haben Sie sich verlaufen? Ich habe mich erst einmal in meinem Leben geirrt, Anderson. Bei meiner Ex-Frau. Ich finde schon einen Weg zurück. Kein Grund zur Sorge. Geil. Aber wisst ihr, was ich noch geil fand? Genau in dem Moment, als auf dem Screen auftauchte, vergiss nicht oft zu speichern. Habe ich mir auch gedacht, hm, bevor wir gehen, speichern wir nochmal. Ich glaube, ab jetzt wird es gefährlicher, weil das oft zu speichern, war nicht ohne Grund fett gedruckt. Hier sind wieder Fußspuren. das habe ich wohl vorhin übersehen. Ist das Geld? Ne. Handwaffenmuni. Okay, stabil. Nightingale hat das Warenhaus erwähnt. Ich muss es mir ansehen. Ja, 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 machen wir, machen wir, machen wir. Wenn ich den Weg wieder gefunden habe, war ich hier. Also eigentlich falsch abgebogen. Vielleicht war das, was wir gerade gefunden haben, auch das, was wir vorhin nicht gefunden haben, hier bei dem roten Bereich. Alter, jetzt finde ich ihn nicht mehr raus. Die Jokes sind echt gut. Ja, ja. Ist schon gut geschrieben bisher. So, hier hoch. Dann da hoch, right? Ja. Und links abbiegen gleich. Was war denn das schon wieder? hier stimmt was nicht, aber war eh klar. Das war eh klar. Wo ist der scheiß Kühlschrank? Ich habe vorhin nämlich keinen gesehen. als ob. Junge, was ist mit dem Spiel los? Was? Pfff. Halte die Taschenlampenverstärkung ein. Ja, mache ich. stirb. Okay, wir können auch ausweichen. Ach stimmt, wir sind im Licht ja sicher. Selbst vor solchen Dullis. Wie soll ich den dann besiegen? Ich glaube, ich kann den nicht killen. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt besiegen kann. Es gibt es doch nicht, dass er so viel tankt. Doch, tatsächlich? Bruder, das war gefühlt ein Zwischenboss. Du kannst dich mit Schmerzmitteln heilen. Ja, wäre jetzt glaube ich an der Zeit. sind schnell anzuwenden, gewähren aber einen kleineren Heilungsbetrag. Das ist ja echt nicht viel. Warte. Ah. Ich war gerade so verwirrt, ne? Weil der einfach nicht tot zu kriegen war. Dachte schon, okay, mit dem Muni kann ich ihn nur stunnen. Aber offenbar ist das legit. Weiß jemand, ob man diese Ultra-Taschenlampe beliebig oft einsetzen kann? Oder woran ist das gekoppelt? Ich glaube, ich heile mich lieber nochmal, weil wir haben schon viel Schaden gefressen. aber wir hatten auch schon das ganze Kapitel über nur die Hälfte. Also der hat mich eigentlich nur einmal getroffen, glaube ich. Ich glaube, ich bleibe sogar mal hier links. Vielleicht besser. Ein kleiner noch hier. Ja, wild. Also wenn alle normalen Gegner so drauf sind. Junge, Junge. Manuskriptseite. Neue große Heilung. Mehr Platz? Really? Wir haben doch bisher eigentlich noch gar nicht so viel gefunden. Ne neue Waffe? Erkundige dich bei Fortuna an der Kasse. Okay. Moment. Wo ist die Kasse? hier. Da muss irgendwo der Code sein. Ah, hier. Wahrscheinlich. Nicht vergessen. Update Code. Hä? Warum ist das alles durchgestrichen? Lotto Washington. Was? Das kapiere ich jetzt nicht. ist einer von den Codes richtig? Oder? Update Code. Warum sind die durchgestrichen? Ja, es ist so, dass unten die Batterie ist und wenn die leer ist, dann musst du für eine bestimmte Zeit warten, bis du sie benutzen kannst. Moment. mach mal noch ein Foto von den Zahlen. Ich werde die ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass einer von denen stimmt. Hier, wo kreist ist, oder? Da ist ja so eine Mini-Leiste. Muss ich mal drauf achten, ob die leer geht, wenn ich das einsetze. Aber wahrscheinlich wird es so sein, ja. Also, das hat jetzt zwar schon eine gute Zeit lang gedauert, nämlich zweieinhalb Stunden, bis es jetzt so richtig abging, aber das war schon sehr, sehr geil. Und wie ich vorhin schon sagte, portioniert hat das nochmal eine größere Wirkung, finde ich. Ach, warte. Es sind drei Codes richtig? Ach, warte. Ich glaube, die Zahlen haben alle was gemeinsam. Ne, doch nicht. ist sowieso Blödsinn. Es kann nur eine Zahl richtig sein, aber welche? 705, 713, 717, 723, dann müssen die doch irgendwas gemeinsam haben. was ist Die nächste Zahl nehmen. Ja, 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 ich weiß. Sie haben wohl doch irgendein Muster. Aber ich komme nicht dahinter. 715. Also von 715 auf 713 sind es plus 8. Aber von 713 auf 717 sind es nur noch plus 4. Und von 17 auf 23 sind es dann wieder 6. Jetzt wieder plus 8. 730. Keine Ahnung, Alter. Ist wahrscheinlich falsch. Ja. Alter, ihr wisst, ich bin scheiße in Mathe. Mann. 8 plus 4 plus 6. 8 plus 4. Vielleicht. Warte, warte, warte. Aber wir starteten mit 8. Dann mit 4. Jetzt sind wir bei 6. Wenn wir jetzt nur noch 3 dazu nehmen, also immer die Hälfte danach, dann wären wir jetzt bei 726. Nein. 725 schreiben alle. Okay, und wie, warum? Der Lotto-Gewinn-Zettel. Denkst du, der ist relevant? Ich dachte, das war einfach nur ein Joke. Genauso wie diese andere Telefonnummer da. Ja, sagt sie sogar. Aber das schon? Nein. Ja, dann nehme ich halt, äh, 725. Aber ich weiß nicht, wieso es stimmt. Scheiß drauf. Schau dir die Lotto-Zahlen nochmal an. Hä? The fuck? Das sind dieselben Zahlen wie auf dem Lotto-Schein. 723 sehe ich, ja. Aber sonst? Oder nimmt die sich da wahllos irgendwas raus? Was bleibt noch übrig? Eigentlich doch etwas mit 9. Etwas mit 9. 700 ist auch immer dabei. Wir haben zwei Dreier. Ne, drei Dreier. Dann muss es 739 sein. Aber wieso schreiben alle 725? Das passt eigentlich gar nicht. Ha, ist auch falsch, ihr Dullis. Imagine, ich habe jetzt recht und es ist... Ja! Okay. Ist das eine Schrotflinte? Eine kleine? Ja, doch. Beste. Aber das war jetzt schon schwer. Also, ohne den Tipp mit, guck den Lotto-Zettel nochmal an sofort, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber man muss genau ausschließen, welche Zahlen wurden da jetzt schon verwendet und welche nicht. Und die, die übrig bleiben, muss man zusammenordnen. Ja. Okay, hübsches Ding. Vielleicht mal auf die Schnellauswahl legen. Und die normale Pistole natürlich auch. Jo. So, jetzt gucken wir mal nach unten rechts, wenn ich... Ah, nee, halt. Was ist das? Ich denke mal Schrotmoni. Ah. Okay, nicht die kleine Anzeige, die große daneben. Ach, heißt die kleine Batterie? Haben wir jetzt eine Batterie verloren? Jo, ich glaube schon. Na lecker. Halleluja. Wo ist die Info? Auf dem Bild? Jo, okay. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Irgendein Psychopathen-Shit. Ihr habt alle 725 geschrieben. Ja, genau. Einfach alle gefallen hier. So. Das sind eigentlich alle Infos, die wir bekommen können. Denke ich. Was ist jetzt mein Ziel? Irgendwie bekannt vor. Der Kühlschrank. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. Als hätte ich es im Traum gesehen. Als ob. Jetzt muss ich das Herz der Hexe überreichen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, aber das will ich nicht. Genauso wenig will ich das Ritual ausführen. What the fuck? Ich bin unterwegs nach Witches Ladle. Ich muss ein Ritual ausführen, um den Übergang zu öffnen. Dieser Fall wird immer verrückter. Und aufregender. Ja, kann man wohl sagen, ne? Sind wir hier richtig? Joa. Größtenteils, oder? Dachte, hier geht's runter. Ja doch, hier. Erstmal wieder speichern, jetzt gleich. Jetzt musstest du dem Schild unten am See, da ist so ein Loch. Aber sie hat doch gesagt. Ja, ach so, doch, ja. Witches Ladle. Ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Aber vorher noch speichern, bei Hut und dann zu Ladle. Ich liebe die Zeit im Jahr, weil da mehr Horrorprojekte kommen. Ja, auch nicht immer, ne? Weil es halt auch mit dem Platz zu tun hat. Und generell kommen halt sau viele Spiele im Oktober und November raus. Da ist dann selten Platz, außer es ist wirklich ein LP-Horrorprojekt. Aber das geht auch nicht immer. Vielleicht haben wir ja Glück und nächstes Jahr kommt Resident Evil 9. Aber da kommt es dann auch drauf an, was die Thematik ist. Die wollen ja anscheinend jetzt doch wieder was Neues machen. Was ich voll dumm finde. Sollen wir doch einfach die Geschichte mit Rose weitermachen? Scheiß Rabe. Oh, fuck. Oh nein, das sind zwei. Oh, wir können auch zurückstoßen. Ja, gut. Vielleicht soll ich es aber auch lieber lassen. Ey. Scheiße. Ach komm. Ja, aber wenn ich ihm zweimal in die Fresse schieße und er dann weiter auf mich zurennen kann, finde ich es auch ein bisschen unfair. Also zumindest ein Headshot sollte schon Knockback geben, oder? Das ist ein bisschen rasey nicht. Oder nehmen die so gut wie gar kein Damage, wenn die Taschenlampe nicht vorher aktiviert wurde. Weil das ist schon irgendwie ungewöhnlich alles. Ich habe wirklich das Gefühl, ich mache was falsch. Also zumindest könnte man mal hier ins Licht rennen. Das war auf jeden Fall ultra dumm. Weil der ist ja, der eine ist ja vorhin, glaube ich, mit fünf Schüssen gestorben. Aber jetzt nicht mehr. Wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Das Licht ist aus! Oh nein! Okay, aber der eine liegt jetzt. Oh, crazy. Crazy. Gut, also wir müssen uns dran gewöhnen, dass die ultra-tanky sind. Bei Teil 1 war die Taschenlampe super wichtig. Aber ich habe halt vorhin eine Batterie verloren und seitdem bin ich da ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, es lässt sich nicht verhindern, ne? Aber sonst brauchst du wirklich zehn Schuss und das ist definitiv zu viel. Ja, müssen wir akzeptieren. Leider halt jetzt auch nur noch zwei Flintenschüsse. Das ist nicht gut. Okay. Ja, das Spiel ist gnadenlos. Gut. Alles klar. Normale Gegner, gefühlt Zwischenbosse. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Verdammt. Was ist denn das für ein geiler Effekt? Boah. Das ist ja krass. Wie sie es wieder kurz auf Englisch probiert hat. Jetzt sieht das aus wie Control. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber war das nicht auch von denen? Das würde auch erklären, warum diese ganzen Lichteffekte und Reflektionen so insane aussehen. Aber die Entwickler sind sich auch völlig im Klaren darüber, dass die Gegner so krass sind. Weil sie halt extra hervorgehoben haben. Speicher oft. Moment, ich gehe gerade wieder zurück, oder? Das wäre dumm. Warte, ich habe keine Karte von diesem Bereich hier? Ja, ist auch von Remedy. Ah, ja, siehste. Aber hier ist überall nur eine Sackgasse. Irgendwo muss es doch eine Spur geben. Nee, hier oben auch nicht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ich jetzt wieder zurückgehen muss. Die Stimme kam doch aber von hier, oder nicht? Das sieht einfach alles so echt aus. Ich gehe jetzt wirklich nochmal zurück, aber das kann ja nicht sein. Das Loopt, du musst zurück. Jetzt ver- Wirklich? 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 Ich bin ja ... Moment mal. Lauf ich wieder zurück? Nein, alles okay. Ich muss weiter. Ich wiederhole sich alles. Wie in einem Alptraum. Das ist ... crazy. Ja toll, jetzt habe ich nur noch zwei Batterien. Ja, du musst vor allem erstmal aus diesem Loop raus. Es wird auch gefühlt immer dunkler. Was war denn das? Jumpscare in 3, 2, 1. Den habe ich aber gerochen, deswegen hat er mich nicht erwischt. Den habe ich gerochen. Der Schriftsteller schrieb wieder. Er ist hier, Nightingale. Jetzt haben wir leider auch ein paar Frame-Einbrüchen, aber noch nichts wildes. Und es sieht halt auch wirklich gut aus. Dann kann man das verzeihen. Jetzt das Game in VR? Nee, bitte nicht. Das wäre zu wild. Ich finde das schon bei Resi Village viel zu geisterkrank. Mann! Ey, das muss echt bald gepatcht werden. Das ist zwar witzig, aber es nervt langsam. Oh, und Batterien. Ja und die Marke lassen wir jetzt liegen oder was? Echt jetzt? Der Clicker ist übrigens ein Lichtschalter aus dem ersten Teil. Weil Alan Wake immer krasse Albträume hatte, hat seine Mutter dann ihm irgendwas erzählt von wegen. Er muss nur auf den Schalter drücken und dann ist alles gut. So. Grob runtergebrochen. Ey, diese Effekte sind so gut. Richtig geiler Mindfuck-Horror. Und ab und zu Jumpscare. Nice. Okay, wie oft werden wir sterben? Hatte der gerade einen Sprint drauf? Ich glaube, ich soll den gar nicht besiegen, oder? Komme ich hier weg? Oder soll ich jetzt doch gegen ihn kämpfen? Wir haben doch keine Chance. Oh, hier ist doch eine Sackgasse! Nein! Ey, er ist doch komplett im Vorteil mit dem Baumstamm. Was soll das? Fuck! Ey, ich sterbe hier fünfmal. Bin ich mir fast sicher. Zum nächsten Mal. Oder? Siehst du...? Was? Siehst du auch für dunkel? Ja, ja! Das, das habe ich schon verstanden! Ja, ja, ja. Also immer mit dem Licht halt anleuchten, dann kriegt er diesen roten Punkt und da drauf ballern macht die Mega-Aua. Achso, ich dachte ich hab das schon getroffen! Hatte ich noch nicht. Okay, 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 okay. Was? Jumpscare mitten im Kampf? Okay, das geht zu weit. Das ist gottlos. Warte, ist er... Ist er weg? Ich bin da safe fünfmal gestorben. Ja, bis jetzt läuft es noch gut, auch wenn es einmal sehr, sehr knapp war. Aber ich glaube, wir müssen da lang, wo er gerade rausgekommen ist. Warum hat er jetzt keinen Schadenspunkt? Ich hab ihn doch angeleuchtet. Was? Oh! Oh! Nein! 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 Oh Gott! Können? Wo ist der? Ach, scheiße! Nein! Alter, das ist unfassbar. Achso, geh ich jetzt nicht. Was? Ich glaube, ich muss ihn von hinten an leuchten, wenn er einmal auf dem Boden gedonnert hat. Nur dann kriegt er auch diesen Schadenspunkt. Das ist meine Theorie. Weil der Baum schützt ihn. Oh nein! Wat ein Freak! Ey! He 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 he! Pfff! Nightingale! Yacht! 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 Okay, schon mal nicht gleich auf die Fresse bekommen am Anfang. Yacht! 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 Das ist so gottlos! Yacht! 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 Jo, aber jetzt bleibt es viel besser! Let's go! Gib ihm! Stabil? Oh, warte, ich glaube, er hat wieder das Schutzschild? Ja. Dann die Schrot auspacken. Gut, 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 gut. So geht's! Das sind so die Informationen, die braucht man. Schadenspunkt kommt nur einmal. Licht immer dann, wenn er das Schutzschild hat. Und dann auch immer Schrot auspacken und Headshot. Und dazwischen ein bisschen pisteln. So, aber jetzt kommt er angerammt immer. Das ist so ein bisschen die RNG-Phase. Ah, crap, einmal daneben. Oh ja, wenn er den Baumstamm im Boden rammt, hat man eigentlich auch eine ganz gute Chance mit der Schrotflinte. Ja, aber das ist halt scheiße. Du gibst ihm so eine Schrotflinte in die Fresse und es juckt ihn nicht. Scheißpisser, Alter. Aber wenigstens hält er sich diesmal dem Schwanz zu. Dass ich mir das nicht geben muss. In der Phase tankt er irgendwie unnormal viel. Geh schlafen! Okay, vierte Phase. Da sind wir, glaube ich, immer gestorben. So, wo sind die scheiß Kisten? Ich brauche neue Munition. Vor allem Schrot. Mehr, 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 mehr. Das reicht nicht. Jetzt kommt die RNG-Phase. Ich habe das vorhin verwechselt. Okay, aber läuft weiterhin gut. Ich gebe mir jetzt auch immer Heilung. Okay, 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 okay. Ah, er ist still, er ist still. Mann, also wenn man das weiß, ist es auch einfach. Aber, ja. Was ist los? Wer sind Sie? Ich kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich kann Sie hören. Cauldron Lake. Ja. Ich bin am Cauldron Lake. Wo sind Sie? Ich bin in Gefahr. Da ist dunkel. In Gefahr. Danke. Verstanden. Hey! Sind Sie okay? Nein! Ich bin schuld! Er entkam mit meinem Gesicht! Scratch! Sir! Ganz ruhig! Atmen Sie tief durch! Wer hat die Geschichte verändert? Das... Das Dunkel! Wir müssen es aufhalten! Bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße... Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. wird... Ich weiß... Was ist? Du hast es geschafft, aber das ist erst der Anfang. Ja, 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 ja. Also wenn du genau weißt, was du machen musst, dann ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut machbar Ich glaube, dass sich das auch auf andere Gegner und Bosse übertragen lässt Das müssen wir uns wirklich merken Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal 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 Und man kriegt für alles Trophäen Wo waren sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach Seltsamer Wald Ähm... Ähm... Oh, das sieht so heftig aus... Zum Auto dauert es eine Weile Wake Aber der Bruder, der scheint eh gerade ziemlich zerstört zu sein Weiß jemand, wie der Track heißt? Weiß ich nicht, guck einfach noch Alan Wake 2 Soundtrack, das dürftest du dann da wahrscheinlich finden Aber mir kam der Interpret sehr bekannt vor... War das nicht der Typ, der diesen Song... Oh, wie hieß der? Na, ich komm nicht drauf Aber ich glaube, ich kenne den Können wir gehen? Ich würde gern gehen wollen Ohne das Optionale zu machen Oder muss ich jetzt? Oh, come on, Digga Das Optionale dauert mindestens 45 Minuten Ja, ist auf jeden Fall nice mit dem Extra-Content, aber Wir machen straight weiter Die Frage ist nur, wie? Weiß jemand, wie? James Arthur Ich glaube ja Und wie heißt dieser geile Song von ihm? Ist das der mit dem Impossible? Weil das hatte ich im Kopf Hier, okay Bin ich sicher, ob ich jetzt auf dem Weg zum nächsten Main Chapter bin oder zum optionalen Duel Aber ich glaube, am Strand ist das Optionale und hier ist Main Chapter, oder? Ja, das ist der von Impossible Ja, okay, 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 okay Den hatte ich auf jeden Fall im Kopf Und der Song ist auch richtig nice Okay, hier passiert irgendwas Ja, cool Die Info hätte ich vielleicht vor dem Boss auch gebrauchen können, aber Dann halt nicht Was? War das ein Wolf? Ein Geisterwolf? What the fuck? Oh nein, der hat Der hatte den Hirsch getötet Das wirst du büßen Achso Ich hab ja gar keine Munition mehr Äh, ja Sorry, das war ein Versehen Ich bin nur auf der Durchreise hier Alles gut Du hattest Hunger Du hattest Hunger, verstehe ich Äh, ess auf, ess auf, ess auf Ich bin dann weg Mann, lass mich gehen Lass mich gehen What? Ich glaube, ich hab ein Trophäe für ein paar Mal ausweichen bekommen Erstmal ein Safe Room Ja, moin So, wir sollen zum Auto zurück Um das nächste Kapitel zu starten Also muss ich schon hier lang Und, äh, nach oben wieder, oder? Weil wir sind ja ursprünglich da, äh, äh, ja Hingefahren Elzen, danke fürs Upgrade Auf die Ehrenmitgliedschaft Ist das Auto auf der Karte? Ja, hier, oder? Nein? Aber das müsste hier in der Nähe sein eigentlich Nee, da ist ein Parkplatz Als ob Muss ich jetzt wirklich so weit laufen? Scheiß Das ist die perfekt Ausweichentrophäe Habt ihr bekommen und bin dann trotzdem gestorben Also wir können hier noch die Abkürzung nehmen Für die wir ja den Schlüssel bekommen haben Äh, das war hier, glaub ich Oder? Ist halt so dunkel, Mann Ja, doch Nee, warte Das ist was anderes Ja, danke fürs Gespräch Hä? What? Okay Da vorne rechts sollte es aber sein Hier irgendwo Glaub ich Ja, da, 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 da Was hätte man jetzt eigentlich bekommen? Hätte man denn Wolf gekillt? Hätte man überhaupt irgendwas bekommen? Aber wahrscheinlich schon Es gab da unten ja noch eine optionale Story Laut Chat 45 Minuten Stabil So, äh, aber was ist hier eigentlich los? Warnung Aktivität erkannt A W E Ereignis im Gange Cauldron Lake Was soll A W E bedeuten? Casey Was genau ist die Aufgabe des FTC? Ha Als ich nach New York Nach unserem Freund hier suchte Tauchte ihr Name auf Ich forderte sie auf Mir alle Akten über ihn zu geben Aber ich wurde abgewimmelt Sie tauchen immer auf Wenn etwas Abgedrehtes passiert Sie sind hier präsent Aber suchen wir jetzt unseren Autor Wie wär's damit? Ja, lass verschwinden Ach Haben wir genug durchgemacht So, hier sollte das Auto jetzt irgendwo sein Da links Hoffentlich ohne weitere böse Überraschungen Okay Puh Das war intens Also Mr. Wake Wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls Machen Sie sich frisch Bevor wir genauer reden Hey Mama Bevor du irgendwas sagst Es geht mir gut Papa hätte dir gar nichts schreiben sollen Logan? Ich hab nichts erhalten Was ist los? Es geht mir gut Ich bin nur ausgerutscht Meine Güte Ist doch halb so schlimm Gib mir deinen Vater Ähm Okay Papa Mama ist dran Keine Sorge Schatz Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen Und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung Ich behalte sie im Auge Hätte ich sie nicht gehört Hätte sie ertrinken können Herrgott David Warum hast du nicht angerufen? Ich hab's versucht Hat nicht funktioniert Wirklich Es geht ihr gut Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst Nein Nein es ist Nur Ein merkwürdiger Fall Naja Wenn du einen Tipp brauchst Meine Brettspielerfahrung Sagt mir Dass Oberst Von Gator der Täter war Ich Ich halte die Augen nach ihm offen Ich liebe dich Ich dich auch Schatz Willst du nochmal Logan? Sag ihr ich hab sie lieb Bis später Ich muss sagen Mia Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort Sie waren lange fort Nein Zu gefährlich Sie wird mich holen Okay Reden wir über etwas anderes Robert Nightingale Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier Das Dunkel schnappte ihn Damals Die letzte Begegnung 13 Jahre Scheiße Erzählen Sie uns von den Seiten Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich Return Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forscht durchgestrichen Doch man kann ihren Namen darunter erkennen Vergeudet Hier Scratch Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche mich zu erinnern Es ist ein verrücktes Durcheinander Ein Albtraum Es macht Es macht keinen Sinn Ich erinnere mich 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 Oh Oh Danke 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 Willkommen Willkommen Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet Alan Wake ist hier Alan Wake Einer meiner Lieblingsrücksteller Ist heute bei uns zu Gast Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch Oh Oh Und wie immer Begleitet uns unsere Hausband Die Old Shores Spät abends Ich war in einer Talkshow Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dort hingelangt war Ich hatte die Kontrolle verloren Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevard blättern Das kreative Genie War ich bereits in der Show gewesen War das in der Aufzeichnung Der Meister des Verbrechens und des Horrors Herzliches Willkommen Alan Wake ist hier Hä, das ist jetzt aber mit den realen Darstellern, oder? Das sieht ja viel zu echt aus Das ist nicht mal CGI Nein, auf keinen Fall Jo, wie geil Oh nein Ist das nicht mit dem einen Darsteller, der gestorben ist? Der Schwarze Der ist doch gestorben, oder? Weil der war doch auch in hier In Horizon Und in John Wick Einer der geilsten Chars Ich weiß gerade nicht, wie der heißt Aber der ist leider gestorben Die Hintergründe sind CGI Der Rest nicht Okay, boah Das sieht krank gut aus Was? Das ist genau die Frage Die sich jeder Leser stellen wird Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd Sehr intellektuell Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde Da Da stimmt was nicht Ich habe nichts geschrieben So ein bescheidener Mensch Okay Ich bin reingefallen Guter Witz Wirklich witzig Aber ja Ich muss gestehen Ich hab das nicht geschrieben Ich Ansonsten würde ich mich ja dran Ich meine Lance Reddick So heißt er Lance Reddick Ich weiß nicht, ob er das ist Aber er sieht ihm sehr ähnlich Ah, super gespielt, Mann Verdammt gute Vorstellung Sie spielen diese Rolle Und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden Sehr meta Wirklich Also Initiation erzählt die Geschichte Des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake Er sitzt in einem Albtraumfest Und versucht verzweifelt Das Manuskript eines Romans zu finden Von dem er vergessen hat Dass er ihn geschrieben hat Die Geschichte spielt in New York Aber Vielleicht ist es eine ganz andere Stadt Dort wird er von seinem Dunklen Doppelgänger gequält Und von Visionen eines Black Panther auch weiß ich jetzt nicht Ganz genau Alex Casey kommt auch in dem Buch vor Gut, dann machen wir eben einfach so weiter Zieht mich ruhig durch den Kakao Alter, die haben einfach schon Footage Von der Playstation 10 drin Aber mal im Ernst Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur In ihrem Buch faszinierend Sie erinnerte mich an Matrix Der Schriftsteller ist physisch Im Writers Room Gefangen Und projiziert sich durch die Geschichte Die er schreibt In diesen dunklen Traum von New York hinein Wie eine Eine Astralprojektion Habe ich das richtig verstanden? Ja Das ist vollkommen korrekt Nur weiter so Ich sollte mir Notizen machen Das ist krasser Stoff Notizen für Den anderen Alan Wake In seinem Zimmer Während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil ihrer Geschichte, Alan? Wow Ich wünsche Ihnen jedenfalls Alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan Hoffentlich verkauft es sich so gut Wie die Alex Casey Serie Initiation erscheint also morgen Und anschließend werden wir Voller Vorfreude Auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten Ein Buch namens Return vielleicht Mann, oh Mann Danke für eins der seltsamsten Interviews In meiner gesamten Karriere, Alan Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen Rechne ich fast damit Nach dieser Szene zu verschwinden Jetzt sind wir wieder auf der PS5 Also auch wenn das ebenfalls gut aussieht Wir haben gerade schon gesehen Dass wir bis zum Fotorealismus Schon noch ein paar Jahre haben Hat er auch eine Taschenlampe? Nein Eine gute Horrorgeschichte Return hat am Ende von Alan Rake 1 Angefangen zu schreiben Und ist die Story von Sega Anderson Ja, das erleben wir ja gerade Also der wurde ja auch In den ersten zwei Kapiteln Hin und wieder mal kurz eingeblendet Wo man das gesehen hat Dass er das schreibt Das ist David Harewood Er lebt noch Und ist bekannt Aus Haumland und der Supergirlsee Okay, also ist es Ja, dann, sorry Die sahen sich wirklich krass ähnlich Ich dachte, es wäre der Lens gewesen Ist das Kapitel kürzer als das zweite Oder länger? Länger Äh Ich hoffe, wir haben den Code Das waren aber vier Zahlen, glaube ich, oder? Die man da braucht Nee, doch nicht Das Kapitel ist kürzer Da war irgendwas Eine kaputte Übertragung Die ich nicht ganz ausmachen konnte Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen Wie lange spielen wir jetzt schon? Vier Stunden Etwas, was zum Teufel Ich musste verschwinden Was war das? Was war das? Als ich aus dem Alptraum erwachte Schnappte ich nach Luft Wie ein Ertrinkender Fühlte sich vertraut an Schreibt er jetzt immer alle So eine verrückten Alpträume auf, oder wie? Instant Ziele Null Was? Hä? 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 Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte Auf den Karteikarten stand der Alptraum, den ich erlebt hatte Eine Zusammenfassung der Geschichte Aber auch andere Notizen Warnungen Warnungen Ich hatte sie verfasst Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern Der Name Scratch machte mir Angst Ich konnte den Worten vertrauen Ich musste sie befolgen Schreiben, um zu entkommen Schreibe weiter Na gut Ich konnte mich nicht erinnern Aber was ich noch wusste war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen Imagine, das war das Kapitel schon Immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden Dieser Raum war mein Boot Die Texte meine Rettungsleine Bei der Talkshow würde ich wieder losgehen Oh, ihr seid klasse Willkommen zurück Wir haben heute eine tolle Show für euch Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey Fans da draußen Alex Casey, höchstpersönlich wird bei uns sein Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer Der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat Und wir haben auch Alan Wake hier Den bester Lauter Erleben wir das nochmal? Achso, wir sind in dem Vorbereitungsraum gerade Willkommen zurück zu unserer Show Also, Alan Als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt Aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe Es ist unheimlich Danke Das bedeutet mir wirklich sehr viel Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher Und, äh Was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert Das, das ist es nicht Sie sind etwas Eigenständiges Sie haben andere Entscheidungen getroffen Mir, mir Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen Und die Adaption Ich weiß nicht Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte Aber In dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein Spielen Sie ihn ab Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte Der Regen brachte sie zum Eitern Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit Ich war müde Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster In dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium War eine Tischlampe in Form eines Engels Einfach super, Murder Case Casey Gute Arbeit, Sam Sehr spannend Und auch sehr meta Wir freuen uns, schon mehr zu sehen Moment, stopp Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Hat sich jetzt wirklich was verbessert an der Situation? Wie kommen wir hier raus? Verdammt Ist immer noch zu Und da brauchen wir wieder den Code Jetzt weiß ich nicht, ob es der gleiche ist Aber ich glaube eher, wir sollen jetzt einen anderen Weg suchen, oder? Also der war falsch Verstehe ich das richtig? Nee, warte, der Code ist anders 665, das war es vorhin nicht Oder? Nee, es war, ich glaube es war 655 Jetzt ist es 665 Hm? Wie falsch Ah, warte mal 565 Das ist der Code Ja 665 war es davor Achso, ja, okay, gut Okay, 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 okay Jetzt halt genau in der Reihenfolge, wie es aufleuchtet Cleveres Spielchen Was? Hier ist jetzt zu? Aber im Endeffekt nehmen wir halt den gleichen Weg Also ich weiß jetzt nicht, ob uns das wirklich weiterbringt Nee, warte Hier waren wir vorhin nicht Stimmt Da kam die Sequenz Vor der Tür Also doch einen Schritt weiter Krüx, danke für die Münze Da bist du ja, Tom Bei so viel Bösem Muss es ja auch ein wenig Gutes geben Das eine existiert nicht ohne das andere Schön, dich zu sehen Der stand gerade wie eine Puppe da Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten Natürlich, Tom Das Werk wird seinen Schöpfer leiten Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen Aber jetzt kannst du es selbst tun Viele Köche verderben den Brei Kennen wir uns? Sind Sie auch am dunklen Ort gefangen? Sie erinnern sich an Artie, den Hausmeister Man kann sich nicht verlaufen Wenn es einem egal ist, wohin man geht Also, keine Sorge, Tom Die Sonne durchdringt auch einen Haufen Zweige Den Typen gab es auch in Control? Es wird nicht lange dauern, wenn du an die Arbeit gehst Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast Sicher wie in den Taschen des Herden Hier ist der Schlüssel Wer ist Tom? Ja, kein Plan Aber er spricht ihn einfach mit Tom an Egal Hauptsache wir kriegen was von ihm Die Überreste Na Da kriege ich ein bisschen Angst Welche der tausend verschlossenen Türen ist jetzt eigentlich die richtige? Ai Ja, ja Wow Ah hier, oder? Weil es hieß im Keller Okay Control hatte ja auch einen Alan Wake DLC der einiges erklärt, was Teil 1 offen gelassen hat Achso, gut, weil, also ich habe den ersten Teil halt auch echt nicht in Gänze verstanden. Aber Control habe ich leider nicht gespielt, kam ich nie dazu. Ich habe immer Bock gehabt, aber es ist einfach nie dazu gekommen. Bisschen nervlicher ist es schon, dass er keine Taschenlampe hat. Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Hatte der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Danke, God of Astra. Wann ist der erste Teil rausgekommen? Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lange und dem Lichterrüber. Vor über zehn Jahren, weiß ich nicht genau wann. Wir werden ja die Engelslampe, um Lichter zu verschieben und neue Wege zu offenbaren. Okay, ich glaube, jetzt wird es wieder richtig wild. Ja, aber klar. Noble Control wurde auch von Alan Wake geschrieben, deswegen spiele ich es im selben Universum. Das kann gut sein. Hä, was? Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut benutzen. Wir müssen da rüber, um die Lampe zu aktivieren, glaube ich. Es muss ja eigentlich einen Weg da rüber geben, aber wo zum Teufel soll der sein? Wir müssen da rüber, um die Lampe zu aktivieren, um die Lampe zu aktivieren, um die Lampe zu aktivieren. Was? Was? Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Nein! Als ob... Ja, okay. Und die Tür muss wahrscheinlich geöffnet sein, weil da gleich eine Blockade kommt oder so. Jo, Alter, wie kompliziert, Mann. Ich muss da einen anderen Ausgang finden. Nein! Das ist jetzt also wirklich der absolute Mindfuck. Was soll ich machen? Aber zumindest mal einen Schritt weiter gekommen. Wir hatten halt das große Pech, dass wir in dem allerersten Raum den falschen Ausweg genommen haben. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass da zwei Wege sind. Der dunkle Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker. Der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe. Die Lampe, von der der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand. Verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht. Unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder. Aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Doktorheit. Ich tauche zum Grund, um die Antwort zu finden. Die Karte. Den Kompass. Und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Wir haben noch ein Alan Ray Kapitel geschafft, immerhin. Ja, geil. Geben wir uns noch die Musik zum Ende. 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 Alles anders macht, als der Einheitsbrei. Und dadurch sehr interessant wird. Tolle Grafik, toller Soundtrack. Manchmal ist man ein bisschen lost. Aber man muss sich dann halt einfach damit beschäftigen. Und gut nachdenken. Die Gegner sind sehr strong. Also ein richtig geiler Mix aus Mystery, Survival-Horror, Third-Person-Shooter und Puzzle. Also einfach einzigartig. Ich würde sagen, die Wertungen sind bis jetzt gerechtfertigt, mit Sicherheit auch in der Nähe der Game Awards, Game of the Year Auswahl. Ich werde es privat bestimmt weiterspielen. Januar, Februar habe ich ja immer Zeit, Games nachzuholen. Da ist das ganz oben, neben Spider-Man 2 auf meiner Liste. Das war wirklich stark. Wer selber zocken will, findet den Link in der Videobeschreibung ganz oben. Ich hoffe, die vier Stunden haben euch genauso gefallen wie mir und dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Danke für alle Likes, fürs Dabeisein und Kuss, Kuss. War ein schöner Stream. Auf Wiedersehen. Tschau, tschau. Tschau, tschau Tschau, tschau. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017